Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 371. Mein Name ist René, außer der Mitarbeiter, Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Und dann war Stille, weil die anderen sind unterwegs. Marvin ist schon in London, Basti ist meines Wissens nach auf dem Weg und Frau Alex hat einen Federerballtermin. Ja, und dann sind wir die beiden, die jetzt hier so in Waldorf- und Stettler-Manier über die Eintracht reden. Der letzte Rest ist übrig, ja. Nein, wir werden uns Mühe geben, auch die Themen so ein bisschen zu behandeln. Aber, wie gesagt, den anderen auf jeden Fall viel Spaß in London und kommen wir auf jeden Fall aber ja auch noch dazu. Da kommen wir noch zu und wir haben dann auch einen kleinen London-Calling-Teil. Lasst euch überraschen. Bisschen überraschend war auch das Spiel am vergangenen Wochenende Geek in Wolfsburg. Wir hatten ein bisschen Veränderung in der Startelf-Durm auf rechts. Da hatten wir ja letzte Woche noch so ein bisschen drüber gesprochen und haben eigentlich alle irgendwie da Costa gesehen. Und ganz kurzfristig Felix Wiedwald im Tor, weil René hat Schnupp gehabt. Ein Infekt, ja. Ja, genau. Und das war so der Moment, wo ich dachte so, weiß ich nicht, nächster Torwartwechsel irgendwie nicht so geil. Definitiv, da sind wir voll bei dir. Wir haben es ja erst erfahren, wir waren schon auf dem Weg ins Stadion und ungefähr eine Stunde vorher dann immer die Ausstellung bekannt gegeben wird. Da haben wir auch erst mal gedacht, okay, hier scheint irgendwie ein Fehler drin zu sein. Haben das auch erst gar nicht mitbekommen, dass René einen Infekt hat und haben noch gewitzelt gehabt. Na, da hat wieder jemand mal schön die Datenbank vertauscht, die Namen der Spieler verwurschtelt. Nein, war tatsächlich dann so. Ist natürlich, wie du sagst, in dem Konstrukt, was jetzt eh so ein bisschen angeschlagen war, ein bisschen unruhig war, war das natürlich jetzt nicht unbedingt die optimale Situation. Und ja, wir kommen ja gleich noch zum Spiel, war natürlich am Ende auch echt eine miese Nummer. Also nicht so. Ja, das muss man auch noch der Vollständigkeit halber sagen, das habe ich gerade eben total verschwiegen. Soweit ist er schon auf meinem Aufmerksamkeitsradar. Garcinovic in der Startelf als Ersatz für Kamada auf dessen Position. Ja, und in der Abwehr, wie zu erwarten oder wie klar für die nächsten Wochen ohne einen David Abraham. Ja, und ganz ehrlich, ich habe von Anfang an mich schwer getan, als Zuschauer in diese Partie zu kommen. Und ich hatte das Gefühl, dass es der Mannschaft auch sehr, sehr ähnlich ging. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen schon immer so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass so ein bisschen diese Anzündthematik von außen fehlt. Da hatten wir ja immer so ein bisschen drüber diskutiert, ob das von innen, von außen, wie auch immer ist. Aber irgendwie war das schwierig, da reinzukommen. Die Eintracht war bemüht und hatte auch ihre Chancen. Ich erinnere mich noch daran, dass Kostic da ein Ding hatte am Anfang und Garcinovic auch irgendwie die eine oder andere Chance. Aber so ganz richtig in so einen Fluss reingekommen ist die Mannschaft nicht. Nein, bin ich voll bei dir. Es war wirklich schwierig. Auch im Stadion hast du gemerkt, das war sehr lastig auf die Kostic-Seite. Du hast gemerkt, so über rechts, da kam halt gar nichts, gar nichts, gar nichts. Die Seite war richtig, ja ich nenne es jetzt mal, zumindest auch schon in der ersten Halbzeit, wo du gedacht hast, wow, regelrecht verweist. Und wenn du natürlich dann diese Option, Kostic natürlich immer einer, der immer noch ackert und gut Gas gibt und alles, kannst du aber natürlich auch relativ leicht dann verteidigen. Das haben sie ja auch gemacht. Also ich meine, dass über die rechte Seite nichts ging, lag ja jetzt nicht in erster Linie daran, dass Wolfsburg da so gut verteidigt hat. Und gefühlt gab es Zeiten, da war auf der rechten Seite vom Spielfeld nicht mal irgendwie ein Wolfsburg-Spieler. Da ist Durm da alleine rumgelaufen und war halt trotzdem irgendwie so gefährlich wie ein schlumpfer Löffel. Und Kostic haben sie halt einfach konsequent irgendwie gedeckt. Ich meine, er ist trotzdem noch dazu gekommen, irgendwie tonnenweise Flanken zu schlagen. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Aber am Ende so richtig mal die Idee, die ja vielleicht mal da war, so in den Strafraum von der Seite rein, das haben sie halt konsequent irgendwie abgeblockt. Und damit war halt eigentlich auch unser Offensivspiel tot. Ja, als einzige Variante natürlich auch wirklich leicht zu verteidigen. Es ist immer so blöd gesagt, aber wenn du weißt, es kommt immer wieder das Gleiche. Die Standards ist jetzt auch, du hast ja schon das Thema angesprochen, also die Blanken, es war halt auch alles so halbgares Gemüse. Das ist natürlich dann immer, das hängt einen dann schon zum Hals raus. Wenn du dann denkst, oh, jetzt wieder ein Eckball. Ich glaube, wir hatten elf oder zwölf Eckbälle und haben ja wirklich gar nichts draus gemacht. Also es ist wirklich schade, dass da... Ja, wenn die Seite von unseren Freunden vom Kicker hier mal ein bisschen besser geraten würde. Wir hatten zwölf Ecken, Wolfsburg hatte eine. Das ist ja schon, das sagt ja schon sehr, sehr viel. Wir hatten auch mehr Ballbesitz, glaube ich. Wir hatten 69 Prozent Ballbesitz, wir hatten eine Zweikampfquote von 52 Prozent, wir hatten eine Passquote von 80 Prozent. Wenn du dann siehst, dass du nichts draus gemacht hast. Wir haben 17 Torschütze abgegeben und wir hatten exakt null Tore. Ja, das ist klar, aber auch keine zwingenden Torchancen oder wenige, sagen wir es wenige. Es waren ein paar dabei. Das Ding von Dost, wo er dann so ganz knapp zwei Zentimeter im Abseits stand, was auch mal gut rausgespielt war. Also da haben wir den Weg mal gemacht, durch das Mittelfeld, durch die Abwehr, haben wir mal einen geilen Spielzug irgendwie gemacht. Die Spieler haben sich freigelaufen, die konnten sich von den Abwehrspielern lösen, dann steht er halt blöd da im Abseits. Sonst sieht die Bude halt irgendwie total anders aus. Ja, aber da haben wir halt nichts draus gemacht. Wir waren halt tatsächlich total unkreativ. Und das Schlimmste ist ja, René, was wir hier jetzt noch gar nicht angesprochen haben, natürlich die Situation, du hast dann dieses blöde Tor bekommen, war natürlich, ja, ich sag mal, stand Weghorst oder Weghorst oder wie auch immer man ihn ausspricht, sehr gut, sehr, sehr, ja, im Endeffekt unhaltbar. Er stand nicht, na gut, er hat das halt clever gemacht, der, der, ich glaube, das war Tisseron, der sogar den Ball gespielt hat, der chippt den Ball in den Strafraum und Weghorst, ich nenne ihn jetzt einfach Weghorst, von mir egal, ob das so ausgesprochen wird. Und der ist halt schon clever, der schiebt sich da zwischen einem Hasebe und einem Dicker war es, glaube ich, durch, weil er halt ganz genau weiß, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme durch und stehe allein vor Wiedwald oder einer von den beiden stellt mir den Fuß in den Weg. Und das musst du bei dem Kerl, der ist ja 1,97 Meter groß und hat wahrscheinlich irgendwie gefühlt 300 Kilo Kampfgewicht, dem musst du schon ganz ordentlich den Fuß da irgendwie hinstellen. Und dann kriegt er einen Elfmeter. Also der wusste ganz genau in der Situation, egal was passiert, der Ball ist drin. Entweder mache ich ihn jetzt hier rein oder ich kriege hier gleich einen Elfmeter, weil mich einer von den Beinen holt. Das hat er extrem clever gemacht. Die beiden wussten ganz genau, sie können da jetzt nicht hingehen. Wiedwald bleibt auf der Linie und ich meine, der erwischt das Ding ja nicht mal richtig. Der lässt das Ding über die Stirn gleiten, aber da bist du halt in dem Moment auch, Wiedwald geht in die Ecke und geht halt in die falsche Ecke, weil er halt, er muss sich für irgendeine Ecke entscheiden und entscheidet nicht. Ja, da hat Wiedwald überhaupt keine Schuld, sehe ich genauso. Nee, kann er nichts machen. Der Ball, dieser Pass darf da nicht hinkommen. Und diese Aktion hatten wir ja vorher schon mal, dass dann auch, ich weiß nicht mehr, ob es Weghorst war oder ob es dann tatsächlich Tisseron sogar war, der da durchkommt, wo es dann noch irgendwie glücklich ausgeht. Aber die gleiche Situation hatten wir fünf Minuten vorher schon mal. Da darf dieser Pass nicht gespielt werden. Ja, da hast du völlig recht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich gewesen. Ich muss auch sagen, war sicherlich nicht hundertprozentig so gewollt von Wolfsburg, hat natürlich uns so ein bisschen das Genick gebrochen in der Situation. Dann hast du gedacht, ah, okay, bist eh schon nicht so richtig im Spiel, 19. Minute, ah, dann so ein Misstor. Naja, drückst du ein bisschen, ging aber auch nicht wirklich viel davon. Dann hast du diese Chance und hast gedacht, wow, super, 45 Minuten plus eins, Nachspielzeit. Und dann macht Tisseron diese dämliche Ellenbogenaktion, ich glaube gegen Paciencia, fliegt mit Gelb-Rot runter. Habe ich gedacht, geil, jetzt zweite Halbzeit kommen, das kannst du richtig, wie du sagst, als Anzünder nehmen. Jetzt kommen wir hoffentlich ein bisschen anders auf den Platz, spielen ein bisschen aggressiver, spielen ein bisschen mehr Pressing. Weil das hat ja alles gefehlt auch in der ersten Halbzeit. Also dieses müde Kicken und da habe ich auch gehofft, dass die Außen ein bisschen mehr ins Spiel kommen, dass man gescheiter Wechsel kommt und Pustekuchen. Es war ja eher so, dass Wolfsburg auch so richtig, die waren so richtig geil drauf, dann das Spiel doch noch fertig zu machen mit zehn Leuten, die Eintracht so, ja, im Endeffekt dann schon auch teilweise nicht zu dominieren. Aber durch ihre Messer, durch ihre, wie nennt man das, Messerstich ist der falsche Ausdruck, durch diese, durch diese Nadelstiche ist der richtige, danke, danke. Da ist, im Endeffekt haben die uns ja wirklich wehgetan. Und ja, wie gesagt, auch das zweite Tor, eine super blöde Situation. Jetzt muss man sagen, ja, natürlich hat an der Stelle Wiedwald krass gepatzt. Auf der anderen Seite, Leute, reiß dem doch nicht den Kopf runter. Der hat ewig, der hat, glaube ich, zwei Jahre keine Bundesliga mehr gespielt, hat im Endeffekt im Training, ist immer wieder nach hinten gesetzt worden, hat da auch viel Scheiße gefressen, hat ansonsten teilweise auch echt ein ordentliches Spiel gemacht. Da waren ja ein paar Dinger dabei, die er ganz ordentlich da irgendwie rausgefischt hat. Da war ja der eine Freistoß, wo er das Ding dann da irgendwie wegschiebt und auch so die ein oder andere Torschuss. Eins-gegen-eins-Situation auch, wo man gedacht hat, oh, hat er gut gehalten, sehr gut. Und das ist halt Pech, ist blöd, ist auf jeden Fall, geht zu 100 Prozent, weil Leute sagen, ja, da hat er eine große Teilschuld. Also Leute, bitte, was soll Hinterägger machen, der spielt den Pass normal nach hinten, das war überhaupt nichts in Bedrängnis. Auf der anderen Seite, ja, Wiedwald trifft den Ball nicht richtig, das Ding ist drin. Er hat sich noch hingeschmissen, er hat, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Viktor, der das Tor gemacht hat von Wolfsburg, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau. Joachim Victor. Joachim Victor. Joachim Victor, genau, das war, glaube ich, auch sein erstes Bundesliga-Tor. Und da siehst du natürlich, macht er auch eiskalt, hat das Ding gut abgezockt und dann steht es halt 2-0 und da war uns doch eigentlich allen klar, dass da nicht mehr viel gehen wird. Ja, also ich muss dazu sagen, als Tisserand da in der 45. Minute den Fernandes gemacht hat, dachte ich so, im ersten Moment war mein Reflex ähnlich wie du, sag ich so, geil, einer weniger, jetzt sichere Kiste, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, mein Wettschein ist gesichert, das Ding läuft durch. Da habe ich mal fünf Minuten drüber nachgedacht und denke so, scheiße, das ist ein ernsthaftes Problem für uns, weil Wolfsburg führt 1-0 und was die machen werden ist, die parken jetzt hinten den Bus, die wechseln jetzt defensiv ein, die spielen jetzt ab sofort mit irgendwie einer Fünfer- oder Sechser-Kette und so unkreativ, wie wir in der ersten Halbzeit waren, passiert da in der zweiten Halbzeit nichts. Adi ist nicht ganz recht mit, Wolfsburg hat dann doch noch, wie du schon sagst, ein bisschen mehr das Spiel gemacht, die waren halt schon irgendwie galliger an dem Tag als wir. Aber es ist ja, das Spiel gemacht haben sie ja eigentlich nicht, sondern sie haben im Endeffekt total ausgenutzt, genau, 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 ja, ja. Sie waren halt in den Kontern und in den Chancen, die sie kreiert haben, da waren sie halt besser drauf als wir. Und es ist vorher gegen elf Leute, wo vielleicht Räume da waren, nichts eingefallen und uns ist es gegen zehn Leute, wo nicht mal irgendwie eine Mausplatz hatte. Noch viel weniger eingefallen. Auch wenn wir dann nachher, ja, wir haben ja dann auch durchaus offensiv gewechselt, Kamada kam ja dann auch rein für ein Rode, wobei ich nicht glaube, dass das 100% einfach nur auf Basis der Variante war, wir brauchen irgendwie dann weiteren Kreativen, sondern das auch ein Stück weit bedingt war dadurch, dass Rode ja irgendwie eine vors Knie gekriegt hat. Das war ja die Schrecksekunde in der ersten Hälfte, wo er ohne Gegnereinwirkung diesen Schritt macht und dann da liegen bleibt. Da dachte ich, so ist super. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, er möchte sich bitte nicht verletzen und jetzt haut er sich das Knie raus. Da habe ich ernsthaft Schiss gehabt, dass das Thema da jetzt dann durch ist für den Rest der Hinrunde. Ist ja glücklicherweise... Es wurde ja gemeldet, dass es... Genau, genau, genau. Aber, ja, das heißt, von daher war der Wechsel mit Sicherheit auch so ein bisschen doppelt geschuldet, zum einen eine Offensivkraft da noch reinbringen, aber zum anderen auch um Rode da so ein bisschen zu schützen. Aber auch das hat uns nicht wirklich viel gebracht. Wie gesagt, immer Perspektive hinter dem Tor, verfälscht das auch alles. Ich habe zwar ein paar Nachberichte aufgeschaut, aber im Großen und Ganzen fand ich, was man zumindest aus dem laufenden Spiel erkennen konnte, war, die Lücken in den Reihen waren einfach viel zu groß. Und so war zwar auch diese, du hast ja vorhin ja die Statistiken schon erzählt, mit was weiß ich, 80 Prozent Passquote und so weiter. Das war aber ganz viel Querschieberei auch so diese... Ja, ja klar, weil du nicht durchkommst. Das ist aber ja fürchterlich eigentlich und da finde ich eigentlich diesen Wechsel mit, ah, okay, Kamada kommt, habe ich erst gedacht, was soll da passieren? Soll da diese Lücke zwischen So, Garcinovic, Paciencia und Dost, soll da ein bisschen agiert werden? Dann natürlich auch die Situation mit, oh, Rode, hoffentlich ist er nicht stärker verletzt, etc. Ging viel durch den Kopf, haben wir noch gedacht, mal schauen. Aber du hast auch diese Lücken, hast du überhaupt nicht hinbekommen zu schließen, sondern diese Automatismen haben so ein bisschen gefehlt. Es war immer ein bisschen zu viel Abstand, dann konnte der Gegner relativ leicht reinlaufen. War natürlich dann im Endeffekt, dass sich der Gegner eher, oder der Gegner, sag ich schon, der Gegner konnte sich gut positionieren und die Eintracht hat in der Situation dann eher den Ball abgebrochen und quer gespielt. Und das ging mir total auf den Sack. Und noch schlimmer war im Endeffekt dann der Wechsel, den ich wirklich nicht nachvollziehen konnte. Ich habe verstanden, dass wir über die rechte Seite mehr bringen wollten oder mussten. Ein Durm war für mich ein Totalausfall an dem Tag. En Dicca hat ein ordentliches Spiel gemacht bis zu dem Punkt, auch nichts Tolles. Das haben sie, die ganze Mannschaftsleistung war jetzt nichts Überragendes, aber solide. Dann wechselt man Dacosta für En Dicca. Dann rückst du mit Durm so ein bisschen rein auf der Seite. Wir hatten mit Marvin kurz drüber gesprochen. Er sagt, ja, okay, vielleicht einfach, damit du weiterhin diese Rechtslastigkeit, Durm eben dann auf der Seite auch, der vielleicht ein bisschen stärker ist als jetzt En Dicca, der dann eben rausrotiert ist und so weiter. Mag ja alles sein. Für mich war das aber wirklich ein Wechsel, wo ich gesehen habe, das ist einfach verpufft, da ist gar nichts passiert. Und ein Durm war meiner Meinung nach nach dem Wechsel noch schlechter als davor. Und wie gesagt, also... Ein Durm war nach dem Wechsel... Nach dem Wechsel von En Dicca, Dacosta für En Dicca. Sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass ein Durm mit Dacosta auf der rechten Seite richtig Dampf machen kann. So habe ich es zumindest verstanden. Hätte ja zumindest irgendwie Sinn gemacht, ja. Aber hat nicht funktioniert, also... Das hat überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ich habe mir gerade eben nochmal die beiden Spiele im Direktvergleich angeguckt. Dacosta ist auch in den 30 Minuten, die er hatte, nur knappe 3,8 Kilometer gelaufen. Also das ist halt auch bezogen auf so ein Spiel ist es halt nichts. Er war halt auch viel hinten, er ist halt nicht viel mit nach vorne gegangen. Kannst du halt auch schlecht dann irgendwie machen, weil sonst ist er hinten total heier und feier. Ja, aber Durm ist ja dafür zurückgerückt. Durm ist ja für Dacosta im Endeffekt zurückgerückt. Ja, stimmt, aber dann ist die Laufleistung ja noch viel weniger zu gefährden, weil dann hätte er ja erst recht eigentlich in der Zeit da irgendwie rumradeln müssen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht verstanden. Ich fand, das hat dem System überhaupt nicht geholfen. Ist ein bisschen schade, weil wir eigentlich ja, wir haben dir immer gesagt, ach die rechte Seite haben wir ja jetzt. Oh Gott, wir Armen, wir haben da die Qual der Wahl. Spielt Dacosta? Spielt Durm? Oder spielt ein Schändler? Oder wer, wen lassen wir denn nun recht spielen? Jetzt, finde ich, sieht man, wenn alle nicht hundertprozentig fit sind. Und ich finde, Dacosta hat so ein Tief, ein Durm kommt auch noch überhaupt nicht an seine Form, die er irgendwann mal hatte, zumindest dran. Und ein Schändler scheint auch dann noch keine Option zu sein. Das ist schon, das ist schon echt, ich sage mal, drei Leute zu haben. Und keiner davon ist so wirklich mein Traumspieler momentan auf der Seite, ist natürlich super schade. Und bei so einem Spiel, damit ist natürlich dann die ganze Angelegenheit noch schwieriger. Wenn du dann auch, wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen, sehr linkslastig spielst, weil eben Kostic irgendwie noch performt, auf der rechten Seite über Durm kommt gar nichts. Dann das Mittelfeld, die Räume sind zu weit. Ein Gasinovic war auch nicht wirklich im Spiel. Ein Dost, ein Patienz, ja immer stets bemüht, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen. Rene, du hast gesagt, sollte ein Stürmer nicht eigentlich eher vor einem Strafraum rumlungern und machen? Jein, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eher das, was ein Dost und ein Patienz ja auf jeden Fall machen sollten. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn die Räume und wenn die Pässe irgendwie abgerissen sind und keine Kreativität drin ist, ist es, denke ich, ein probates Mittel auch zu sagen, okay, wir rücken mal ein bisschen ab von dieser Statik des Systems, rücken ein bisschen zurück, holen uns die Bälle mal selbst. Ja, also mir ging es jetzt weniger um die Statik und ich finde es auch gut, dass die beiden mit zurückarbeiten und so weiter, aber mir ging es jetzt einfach um die Gefährlichkeit, die die beiden an dem Tag ausgestrahlt haben. Wir haben 17 Mal auf das Tor geschossen. Weißt du, wie viele Torschüsse davon auf Patienz ja entfallen? Vielleicht einer? Zwei. Dost hat auch zwei. Ein Hinterecker, der Innenverteidiger ist, hat alleine viermal aufs Tor geschossen. Wenn der Innenverteidiger genauso viele Torschüsse hat wie deine beiden Spitzen zusammen, dann läuft da irgendwas fucking schief. Okay, ja, da belagt das vielleicht auch dran an den Standards, dass die mitgezählt wurden. Das kann durchaus sein, aber trotzdem würde ich bei 17 Torschüssen erwarten, dass da mehr auch von den Schleunern kommt. Die waren ja auch total ungefährlich an dem Tag. Bin ich voll bei dir, René. Und stimmt schon, dieser lange Hafer ist halt wieder so dieses, wir haben es halt auch von vornherein nicht probiert, mal durch die Mitte zu spielen, weil Wolfsburg da dicht gemacht hat. Und dann war halt wieder das Mittel, lange Bälle auf die Außen und von der Seite rein und hoffen, dass da irgendwie einer steht, der den Ball abnimmt. Ja, und dann ist es halt auch wieder schwierig, wenn dann ein Dost oder ein Silva oder ein Paciencia dann erstmal irgendwie noch im Vollsprint von der Mittellinie da irgendwie mitwissen, weil im Zweifelsfall ist der Ball schneller auf den Außen als der Stürmer in der Mitte. Da ist was da, ja. Ja, also es war halt alles in allem ein gebrauchter Tag. Basti hatte bei, ich glaube es war, ich weiß nicht, ob es Fußball 2000 oder 93 war, eins von beiden. Die These aufgestellt, ich glaube es war bei 93, dass das so ein bisschen die späte Rache jetzt dafür ist, dass die Saison für uns so früh mit den Pflichtspielen angefangen hat. Ich würde diese These aufnehmen und noch erweitern und sagen, hinzu kommt noch, dass die Spieler sich permanent auf ein anderes Setting einstellen müssen, weil nach zweimal sechs Wochen Länderspielpause war. Ja, sie bleiben im Spielrhythmus drin, aber es ist halt ein komplett anderes Setting. Und diese beiden Faktoren zusammen, lange Saison mit vielen Pflichtspielen plus diese in verhältnismäßig kurzen Abständen zweimal Länderspielpausen, wo du aus dem Rhythmus kommst, brechen uns jetzt gerade so ein bisschen das Genick. Ja, ja, ich weiß genau, was ihr beide meint. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, dass es wirklich daran liegt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Taktikproblem ist. Es ist nicht nur dieses, bin ich... Ja, da würde ich mitgehen. Also es ist ja sowas, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn du natürlich nur über eine Seite spielst und ein Spieler performt oder eine Mannschaftsseite funktioniert, die andere funktioniert nicht, ist es unglaublich leicht zu verteidigen. Wenn du mit langem Hafer, vorne stehen zwei Stürmer drin, brauchst du eigentlich nur einigermaßen gute Innenverteidiger, wenn die Bälle nicht auch mal flach reingespielt werden oder eine schöne Kombination, kommt da gar nichts an, wird alles weggeköpft. Die zwei Stürmer stehen da wie dick und doof und machen gar nichts. Das ist auch schwierig. Ein Garcinovic, sowieso ein Problemkind in meinen Augen, was wir ja schon lange wissen, in so einem Spiel, super wichtiges Spiel meiner Meinung nach zumindest, wir haben ja drüber gesprochen gehabt, oh, Richtungsweisen eventuell schon mal zur Einstimmung auf Arsenal und so weiter, ging natürlich jetzt mega in die Hose. Das ist natürlich super ärgerlich und wenn du dann natürlich auch mit dieser Verunsicherung da reinkommst und stellst dann auch noch einen Garcinovic hin, der sowieso meiner Meinung nach so ein bisschen unglücklich in dieser ganzen Saison und ja, er war verletzt und so weiter, aber er hat natürlich da auch echt jetzt nicht unbedingt das Feuerwerk wieder abzünden können, ist natürlich super schwierig. Das heißt, auf der Position, finde ich, ist wieder so eine Problemsituation, die wir uns selbst geschaffen haben, weil wir nicht frühzeitig da nachgebessert haben. Mit Kamada, ja, er kann da spielen, ja, er macht das auch ganz ordentlich, ein Garcinovic, ja, er kann da spielen, er macht das auch ganz ordentlich, aber so wirklich den Kreativspieler, der im Endeffekt vielleicht mit eigenen Torraumszenen dann auch mal ein Tor macht, ein Kamada hat ja immer mal seine Abschlüsse, aber so wirklich kommt nichts bei rum, ein Garcinovic läuft sich dann eher nochmal fest oder spielt dann wieder einen Scheißpass. Ja, der trifft halt dann zu oft die falschen Entscheidungen, da haben wir ja auch schon aus Öfteren drüber gesprochen. Das nervt halt, das sind Sachen, die aber, finde ich, nichts damit zu tun haben, dass die Saison ist viel zu lang und wir haben eine Länderspielpause und wir sind hier rausrotiert und so weiter, sondern es ist einfach, das sind Systemprobleme, die wir einfach gucken müssen, kann man die anders besetzen? Das ist eine Sache, die der Trainer sehen muss. Ich finde es auch super schade, dass Torro schon wieder so ein bisschen, ja, Torro ist zwar da, aber Torro spielt nicht, auch wenn hier im Endeffekt im Mittelfeld sozusagen gar nichts geht. Und so ja auch ein richtiges Scheißspiel abgeliefert hat am Sonntag, nee, am Samstag, Samstag war es ja, Samstag, ganz ungewöhnlich, dass man mal wieder Samstag spielt. Aber gut, ja, wir können darauf hoffen, dass ein Touré wiederkommt, obwohl die Innenverteidigung mir gar nicht so schlecht gefallen hat. Ich glaube, Innenverteidigung war jetzt nicht unbedingt das Problem, also das hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Mein Problem war halt wirklich, jetzt bezogen auf das eine Spiel, das System, dass Wolfsburg es zu einfach mit uns hatte, uns da aus dem Spiel rauszunehmen, weil sie ganz genau wussten, wie der Spielaufbau ist. Genau. Und dass unser Mittelfeld an der Stelle, die ich ja als diejenigen ansehen würde, die im Zweifelsfall dann eben einen Alternativweg finden, da zu unkreativ ist. Ja. Wir haben keine Alternative. Wenn wir so weiterspielen für den Rest der Hinrunde, Wolfsburg hat es jetzt einmal vorgemacht, gut, da sind dann vielleicht auch so ein paar Mannschaften dabei, die jetzt nicht unbedingt so 100 Prozent in die Kategorie Fallobst gehören, aber wo auch einfach die spielerische Klasse vielleicht ein bisschen weiter unten ist, da hast du dann auch individuell irgendwie deine Möglichkeiten, aber das wird auf lange Sicht gesehen, wenn wir da nicht eine Alternative für finden und vielleicht auch dann tatsächlich im Winter nochmal auf der einen oder anderen Position jetzt irgendwie nachlegen, wird das extrem anstrengend. Ja. Du bist sehr gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Genauso sehe ich das auch. Es ist halt ein Problem, dass wir auch, ich finde das sehr toll, wenn du ein System hast, was funktioniert, die Leute sind eingespielt, die Leute schaffen es da regelmäßig auch ihre Leistung zu bringen. Ich sehe nur im Moment leider keine Reaktion auf die Situation, wenn sich der Gegner eingestellt hat, auf genau das, was du seit Wochen spielst. Und wenn du dann noch das Personal auf den Positionen eventuell mal nicht in der Güte hast, die du da benötigst, das ist natürlich dann super schwierig. Und ich finde, um nochmal den Punkt von dir da aufzugreifen, ist dann ja ganz schön, dass mal sozusagen diese Statik aufgebrochen wird, dann wird mal versucht, das ist zwar ganz nett, ist aber, finde ich, konnte ich auch kein System von oben erkennen, dass da gesagt wurde, ihr macht das jetzt so, sondern es wurde ihnen eher Freiraum gegeben, was einerseits gut ist, andererseits heute in der Bundesliga, wenn du nicht nach einem fixen Schema, Automatismen und, ja, ich nenne es mal Laufwege, die aufeinander abgestimmt sind und danach funktionieren, um Großchancen zu generieren, ist es, glaube ich, ganz schwierig. Da bräuchtest du schon wirklich Weltklassespieler. Und da fehlt es ja dann doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei uns im Kader, wo du nicht erwarten kannst, dass jetzt hier die Spieler wirklich dieses Niveau erreichen, das auf dem Platz sofort zu erkennen, wo ist hier eine Lücke und so weiter, sondern wir leben ja eigentlich davon, dass wir eine gut eingespielte Mannschaft haben mit gut eingespielten Automatismen und so weiter im Kollektiv funktionieren, früh angreifen, Druck ausüben, alles im Kollektiv eigentlich. Und da ist es ein bisschen schade, dass das im Moment nicht funktioniert. Ich will es auch nicht zu schwarz sehen, aber ich finde nicht einfach oder ich finde die Antwort viel zu naheliegend und viel zu unüberlegt zu sagen, das liegt jetzt daran, weil die Mannschaft müde ist, weil sie viel zu spiele Spiele hatte. Es liegt daran, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist, weil Länderspielpausen waren und so weiter. Das Problem haben doch alle. Und nur die Eintracht hat eigentlich ja das Problem schon vorher gehabt. Die zwei Spiele vorher waren schon nicht perfekt gelaufen, sind unglücklich ausgegangen, müssen einfach das auch ein bisschen aus dem Kopf bekommen. Ich merke das ja selbst schon, wie ich mich hier ins Delirium rede und denke, oh ja, Mist, was ein Scheiß und was für eine Kack-Saison. Die Hinrunde ist jetzt schon gelaufen, weil nichts mehr kommt. Jetzt können wir alle noch hoffen, dass nicht Wiedwald da der Sündenbock für die nächsten Spiele noch ist, dass ein Renau jetzt schnell zurückkommt und dass da vielleicht noch ein bisschen Feuer von der Seite kommt. Und es nervt mich, dass ich mich selbst hier schon erwische dabei, dass es einfach eine Miss-Situation ist für uns, die einen runterzieht. Und da müssen wir einfach, ich denke, die Mannschaft, wir merken das ja alle, wir müssen da so ein bisschen den Knick rausbekommen aus diesem ganzen Mist und hoffentlich am nächsten Donnerstag, am kommenden Donnerstag, da zumindest die Wende bekommen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Aber wir kommen wahrscheinlich jetzt erst noch abschließend, noch ein paar Worte wahrscheinlich zum Wolfsburg-Spiel prinzipiell. Ich habe da keine Worte mehr zu. Es war ein Kack-Spiel. Ich will das so nicht nochmal sehen und bin echt gefrustet von dem Ding, wie ich es die ganze Saison über noch nicht war. Und das macht uns ja, das hast du ja gerade eben schon angefangen klar zu machen, natürlich jetzt extrem schwer, weil wir haben jetzt eine ganz fiese Nummer vor uns. Donnerstag, 21 Uhr in London, Entscheidungsspiel um den Einzug in die K.O.-Phase ohne Fans. Bei wahrscheinlich 10 Grad, englischem Wetter, Regen in so einem halbvollen Stadion und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die ein Aubameyang, ein Lacazette im Sturm hat, ein Pepe auf der rechten Außenbahn, ein Torera im Mittelfeld, ein David Lewis in der Abwehr, das sind halt alles Namen, die sind ja so schon irgendwie drei Regalbretter um uns drüber. Das ist jetzt echt kacke. Ja, also der Zeitpunkt ist einerseits total mies, weil die Mannschaft wirklich so ein bisschen einen Durchhänger hat. Auf der anderen Seite ist das doch das Geilste, was jetzt passieren kann. Jetzt hast du die Chance gegen eine Mannschaft, genau du sagst es, die eigentlich von den Namen her, ach du Schande, Arsenal, haben wir ja bei der letzten Folge schon vor dem Spiel, vor dem ersten Spiel, Hinspiel gegen Arsenal, drüber gesprochen. Früher hast du gesagt, ach Arsenal, da hast du mal ein Testspiel, gehst du da überhaupt hin, ach wie langweilig, ätzend, kommen sie eh wieder nur mit der C-Mannschaft. Jetzt im direkten Duell um, ja, sehr viel. René, du musst mir überlegen, auch für Arsenal geht es darum, die müssen eigentlich hier noch einen Punkt holen gegen uns. Auf der anderen Seite, wenn wir gewinnen, kann das wieder ein ganz anderer Ruck durch die Mannschaft. Wow, stell dir das vor, du gewinnst dieses Spiel, hast dann diese Motivation. Ich glaube, du spielst ja dann als nächstes montags gegen Mainz. Ja, super. Erst redest du von Motivation und dann sagst du die beiden bösen M-Worte, Montag und Mainz. Lieber Dennis. Ja, René, aber das ist doch genau das Scheiß, doch dann auf diese Montagsspiele, sondern dann machst du das weg, bist hier wieder voll im Soll, holst drei Punkte gegen Arsenal, holst drei Punkte gegen Mainz und alle Welt ist wieder glücklich. Die Rückkehrer kommen, René ist hoffentlich dann wieder fit. Also er scheint ja wieder fit zu sein. Also ein paar Rückkehrer haben wir ja jetzt für den Donnerstag. René ist ja wieder im Mannschaftstraining, scheint den Schnuppe überwunden zu haben. Abraham ist in der Euroleague spielberechtigt, danke an die DFB. Ein einziges Fragezeichen ist Rode, der ja gerade so ein bisschen Ausfallzeit hat wegen eben gesagtem Knie-Vorsichtsmaßnahmen, hat die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert, wird wahrscheinlich nicht auflaufen und Arsenal steckt halt auch extrem weit hinter ihren wahrscheinlich eigens gesteckten Erwartungen zurück. Die sind zwar Tabellenführer in der Euroleague, aber in der Premier League sind sie halt auch fernab von allem. Stehen da glaube ich aktuell auf Platz, lass mich nachgucken, wo ist denn hier die blöde Premier League? Glaube ich auf Platz 10, nee 8, sind ganze, lass mich rechnen, 19 Punkte, 19 Punkte hinter Liverpool als Tabellenführer, gut, das kannst du sowieso nicht irgendwie rausrechnen, haben aber auch auf Platz 4, Chelsea, schon bereits 8 Punkte Rückstand. Also die sind momentan nicht mal auf einem internationalen Rang. Erstaunlicherweise nur noch Manchester United und Tottenham in der Liga schlechter als die beiden von den Großen. Ja, und haben am Wochenende nur 2-2 gegen Southampton gespielt, so ein, das müssen wir ja auch immer dir mal auf der Zunge zergehen lassen, die sind Vorletzte oder Letzte, glaube ich, Southampton gewesen. Das ist, das ist wirklich was, das nervt mich, dass du, dass auch wieder diese, oder nicht du, sondern das generell so diese, ja, die sind, die sind schlagbar, Leute, die sind einfach schlagbar, das ist, Guillermarisch hat es gezeigt, dass Punkte zu holen sind, Saushemden hat es jetzt wieder gezeigt. Ich denke schon, dass wir da einfach schauen müssen, dass wir wieder Vollgas geben, dass wir wieder diese Aggression, diesen Spielwitz, diese, diese frühe, ja, das frühe Pressing wieder finden, früh ins Spiel zu kommen, natürlich ist das schwer. Und du hast schon gesagt, René, wir spielen ohne Fans total zum Kotzen. Wie kriegst du diesen Anzünder hin? Was kannst du da machen? Ich bin auch etwas überfragt. Ich hoffe, Hütter findet da einen guten Weg, oder besser gesagt, die ganzen Verantwortlichen. Und vielleicht gibt es noch eine coole Aktion, irgendwas mit dem Fernsehen, ich weiß es nicht, aber es ist natürlich eine schwierige Sache, dass du diesen Punkt, du musst den Fokus so sehr auf dieses Spiel jetzt drücken, weil das kann natürlich nochmal auch ein Negativtrend werden. Es kann aber auch die absolute Befreiung nach oben sein. Also das ist für mich wirklich eines der wichtigsten Spiele überhaupt in den nächsten Wochen. Und ja, dementsprechend hoffe ich mal, dass wir es positiv gestalten können für uns. Da ist auf jeden Fall genügend Motivation von außen da, weil es halt einfach jetzt all or nothing ist, wie der Engländer sagt. Du brauchst jetzt auch nicht Sport zu machen, wenn du gegen Arsenal jetzt nicht die drei Punkte mitnimmst und Lüttich wird jetzt auch nicht mit irgendwie der 10-Mannschaft da gegen Gemarisch auflaufen. Dann brauchst du halt eigentlich dir auch wenig Hoffnung zu machen. Also das ist halt auch noch ein ganz kleiner Bruchteil. Das sollte auch jeder irgendwie im Kopf haben von den Spielern und wird da auch dementsprechend motiviert auf den Platz stehen. Davon gehe ich mal aus. Ja, das muss, 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 muss. Also da gibt es wirklich keine Ausreden und es wäre, es wäre halt schon wichtig gewesen, dass so ein Rode, finde ich es ja, dann schon bezeichnend für so ein Spiel ein bisschen aggressiv, ein bisschen im Mittelfeld. Mittelfeld. Muss man schon. Fernandes, mal schauen. Ja, Fernandes ist halt, um irgendwie dem Gegner auf den Füßen zu stehen, um da, um da einem, einem Lacazette oder einem Aubameyang mal ordentlich vorher irgendwie den Schuh da irgendwie wegzutreten. Genau. Dann kannst du den Fernandes halt schon irgendwie nehmen, aber du hast in den letzten Spielen einfach gesehen, wie Gottverdammt wichtig ein Rode für unser Spielaufbau ist für den Antreiber im Mittelfeld und da ist das halt echt, echt bitter, wenn der fehlt. Aber schauen wir mal, also ich sage mal so, es ist ja noch nicht alle Tage Abend, wir müssen schauen, du hast gesagt, der hat noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, das ist natürlich nicht, nicht so viel versprechend. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann durchaus hoch. Wer uns heute hier so ein bisschen fehlt, ist auch der Antreiber hier aus dieser Runde, nämlich der Marvin, der hat uns aber ein Schnipselchen geschickt, eine Tonaufnahme live aus London, meine Damen und Herren. Das ist jetzt wahrscheinlich die einzige Situation, wo sie es mal erleben werden, dass die Redezeit von Marvin bei exakt drei Minuten enden wird. Das wird es uns nie wieder geben, aber hören wir uns doch mal an, was Marvin zu sagen hat. Sehr gut. Gute Dienstag hier, ich melde mich aus London. Wir haben immer noch kein Ticket, das sieht auch, wenn ich das richtig sehe, ziemlich schwierig aus. Habe von einigen Fans jetzt mittlerweile gehört, dass sie das eine oder andere Ticket doch ergattert haben, wie auch immer. Das würde ich ganz gerne wissen. Da bin ich mal gespannt, ob es da nochmal ein paar Rückmeldungen gibt, denn die Restriktionen sind krass. Also selbst Chelsea-Fans, die ihr Ticket an Deutsche weitergeben, werden damit oder können damit bestraft werden, dass sie, nicht Chelsea-Fans, Arsenal-Fans natürlich, können damit bestraft werden, dass sie ihre Mitgliedschaft gekündigt bekommen. Bei StubHub findet sich überhaupt nichts. Also das ist eine richtig krasse Nummer. Es gibt, was man machen könnte, als normaler Eintracht-Fan, könnte man theoretisch überlegen, man sucht sich Tickets, und zwar im Business-Bereich, die kosten aber 350 Pfund. Das finde ich eine heftige Nummer. Deswegen stand jetzt Dienstagabend sind wir noch zu keinem Ergebnis gekommen. Vielleicht gucken wir das Spiel auch wirklich in den Pub. Müssen wir mal gucken. Aber Wetter ist ein bisschen, ja, regnerisch aktuell. Ich laufe hier rum, wir gucken uns ein bisschen schön was an. Immerhin 11 Grad, nicht ganz so kalt. Was spielerisch am Donnerstag passieren wird, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben jetzt gesehen, dass mit aller Voraussicht nach zum Glück unser Torhüter Renault wieder spielen kann. Nichts gegen Wiedwald, ihr werdet ja sicherlich schon drüber gesprochen haben, war trotzdem ein bisschen unglücklich, aber das kann ja jedem mal passieren. Trotzdem bin ich froh, dass Renault wieder im Tor steht, auf jeden Fall. Das ist eine wichtige Kisse. Zu Arsenal können wir so viel sagen, dass die in der Liga ja relativ suboptimal dastehen. Platz 8, haben schon ein paar Punkte geholt, aber weit aus weniger als eigentlich gedacht. Ich glaube, die sind alle nicht so wirklich zufrieden. Da brodeln sie auch immer noch so ein bisschen, haben jetzt im letzten Spiel, in der 96. Minute das 2-2 gemacht. Wer hat das 2-2 gemacht? Genau, Lacazette, der schon davor das Tor geschossen hat. Lacazette ist auf jeden Fall auch dieser Keyplayer, auf den wir ganz genau schauen müssen. Aber ich denke, uns sollte allen klar sein, dass am Donnerstag die Eintracht über sich hinaus wachsen muss, um irgendeine realistische Chance zu haben. Ich denke, ein 1-1 oder vielleicht sogar ein 2-2 Unschieden generell, würde der Eintracht gut zu Gesicht stehen. auch wenn es traurig wäre, dass selbst dann nichts klar ist, ob sie überhaupt eine Chance hat, in die nächste Runde zu kommen. Aber in Unschieden wäre so das Mindestmaß schwierig genug, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Eintracht irgendwie über sich hinaus wächst und vielleicht, vielleicht den Negativ-Trend der letzten Wochen ein bisschen stoppen kann. Auch das wäre ja typisch Eintracht, gegen Wolfsburg bitterlich schlecht verlieren und gegen Arsenal ein positives Ausrufe zu hinsetzen. Alles möglich bei diesem Verein. Ich bin gespannt, wie ihr es weiter analysiert, wie ihr die offensiven Mühlen der Frankfurter Eintracht bewertet, also was auch dahingehend überhaupt möglich ist. Und ansonsten hören wir uns der nächste Woche wieder. Schöne Grüße aus London. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Marvin in der Kurzfassung. London Calling, genau. London Calling. 350 Pfund Business Seed. Ich habe gerade eben mal ganz schnell die Umrechenmaschine bemüht. Das sind roundabout 410 Euro. Das ist schon eine stolze Ansage. Du hattest das mit diesen Restriktionen vorhin auch angesprochen. Das ist natürlich schon eine krasse Ansage vom Verein, also von Arsenal und von den ganzen, weiß ich nicht, ob das auch durch Behörden initiiert oder wie auch immer, kommt zu sagen, hey, wenn ihr hier die Karten an Frankfurt-Fans weitergebt, dann kündigen wir euch die Mitgliedschaft. Das ist natürlich schon eine Ansage, die ist krass. So ist es ja. Mitgliedschaft wird entzogen und wird sozusagen gesperrt. Es ist wohl auch so, dass sehr viel mehr Kontrollordner eingesetzt wurden, wurden wohl noch etliche dazu geordert, um Doppel- oder Dreifachkontrollen sogar durchzuführen. Das ist uns ja teilweise noch bekannt aus der Spielzeit in Rom, aus der letzten Euroleague-Saison, wo wir ja auch im Endeffekt dann durch drei Kontrollen sozusagen durchmussten und am Ende dann nochmal geschaut wurde, ist der Name auch so ungefähr der, der auf dem Ticket steht. Ob das alles dann so stattgefunden hat, ist ja auch immer und ob das auch hier so stattfinden wird, ist immer die Frage. Die Gefahr ist natürlich groß und ja, als Mitglied von Arsenal ein Problem, als Frankfurt-Anhänger, es haben, Marvin sagt es ja schon, ich kenne auch einige, die schon Karten haben, das ist eine schwierige Situation. Die aber nicht reinkommen werden, mir hat gerade eben auf Twitter ein Hörer geschrieben, dass ihnen ihre Tickets nicht zugestellt werden, also sie hatten Tickets erworben und die werden ihnen jetzt aufgrund der deutschen Pässe nicht zugestellt im Vorhinein und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, gar nicht erst anzureisen. Immerhin kriegen sie die Kosten dafür erstattet, das ist aber glaube ich auch mehr als logisch in dem Fall, aber ja, da wird es den einen oder anderen geben, der trotz erworbenem Ticket entweder das Ticket vorher nicht ausgehändigt oder zugestellt bekommt jetzt oder halt eben, wenn dann die Kontrollen da so drastisch sind, da ausgewiesen wird wieder. Ja, das ist krass. Also, wie gesagt, es ist, es wird tatsächlich hart durchgegriffen, ist, es ist ja natürlich immer die Frage, einerseits verständlich, dass da ordentliche Kontrollen gemacht wird, sonst wird es wahrscheinlich jeder so mal ein großes Stadion, wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte ausverkauft, genug Karten werden wahrscheinlich da gewesen, somit hättest du gesagt, scheiß doch drauf, UEFA, wir kommen trotzdem und nehmen uns die Plätze sozusagen in der Arsenal-Kurve und machen uns da breit. Havor haben sie vielleicht ein bisschen Angst, ja, ist natürlich für jeden Frankfurter wieder ein Schlag ins Gesicht, ganze, ganze Euroleague-Saison zieht sich das ja schon so ein bisschen durch, über die Strafen haben wir ja letzte Woche und vorletzte Woche eh ausführlich darüber gesprochen, dass das alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Auf der anderen Seite, jetzt heißt es, ja, nochmal alles geben für die Mannschaft, die Fans leider wahrscheinlich vor dem Stadion, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Public Viewing oder sowas, Marvin sagt ja schon wahrscheinlich dann eher kleine Pubs, in denen du gemeinschaftlich dann ein bisschen Fußball schaust, danach noch ein bisschen hoffentlich den, ja, drei-Punkte-Erfolg gegen Arsenal in London dann feiern kannst. Aber es ist super nervig und, ja, jetzt heißt es darauf zu hoffen, dass du trotzdem irgendwie diese Leistung auch ohne Fans im Stadion sofort zeigen kannst, die wir eigentlich von der Mannschaft erwarten, nämlich Vollgas von der ersten Minute. Ja. Ja, ist spannend, das Thema. Also, ich überlege halt auch gerade oder der Gedanke, der mir gerade eben kam, gerade wenn das Stadion nicht voll besetzt ist, du lässt dir ja als Verein, ähm, da ja schon auch ordentlich Kohle entgehen, ja. Ich meine, du hättest wahrscheinlich die Chance, da gibt es genügend Fans, die vor Ort sind, die ihren Flug gebucht haben, die vielleicht sogar ein Hotel haben, die vielleicht sogar bereit wären, diese 350 Euro für irgendwie ein Business Seat oder auch so für eine Karte, ähm, auszugeben, weil sie diesen, dieses Event, dieses Erlebnis, hey, wir haben eine Möglichkeit, hier was Großes wieder zu erreichen, auch einfach miterleben wollen, also Event jetzt nicht im Sinne von, ne, hier Event-Fan-Charakter, sondern, weil es halt wirklich etwas ist, was du jetzt ja nicht irgendwie live dabei im Endeffekt, ich weiß, was du meinst, klar, logisch. Und du lässt dir ja als Verein da richtig Kohle entgehen. Und da stelle ich mir gerade eben die Frage, wie sehr hat die UEFA denn bitte hier diese Vereine an den Eiern, damit die so was machen? Ist richtig, ja, natürlich, ähm, die, die Heimkarten sozusagen, die normalerweise die Eintracht hätte bekommen, äh, das Kontingent, muss die Eintracht ja, glaube ich, trotzdem kaufen. Das ist ja nicht, weil sie gesperrt sind, damit der andere Verein dann nicht auf den, auf den Kosten sitzen bleibt. Ähm, ja, aber sonst sind die Karten halt, die halt jetzt über private Platten oder irgendwas. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja, klar, logisch, also ich sag mal, ich weiß gar nicht, wie viele gehen ins Embridge-Stadion, 50.000 oder sowas. Bevor ich jetzt hier wieder irgendwie einen auf die Mütze kriege, weil ich Stadiongrößen, äh, falsch in Erinnerung habe, äh, Emirates, Stadium, London, die allwissende Müllhalde, Wikipedia, Baukosten, 60.260 Zuschauer. Okay, gut, sogar nochmal 10.000 mehr, das heißt, äh, 5-Prozent-Regel, äh, heißt in dem Fall, auf jeden Fall 3.000 Karten. 6.000, 5-Prozent-Regel, werden dann knapp 3.130 oder irgendwie sowas. Mhm, 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 und, ja, also ich denke, das ist das fixe Kontingent, was ja, ich bin mir aber da immer nicht sicher, es heißt immer, äh, nur ein Teil davon und nicht komplett muss vom anderen Verein getragen werden, ich glaube aber schon, dass da, äh, aber trotzdem, schadensersatzmäßig, ja, da wird ein bisschen was gezahlt werden, trotzdem, diese Karten gehen ja dann nicht in den freien Verkauf, sondern die sind ja dann irgendwie raus, aber trotzdem kannst du davon ausgehen, dass ja dann keine 55.000, 56.000 Arsenal-Fans da sein werden, da ist ja dann trotzdem noch locker Platz für 5.000 bis irgendwas 1.000 und das ist halt richtig Geld, was dem Verein, also Arsenal, dann da eben verloren geht. Hast du recht, und da sieht man, was für eine Kontrolle die UEFA hat, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also was da auch für, jetzt, reine Mutmaßungen, äh, äh, durch nichts belegt und persönliche Wahrnehmung, aber was da an, an Macht dann dahinter steckt, dass dann so ein Verein, sich diese Einnahmen dann halt auch entgehen lässt, ich mein, gut, jetzt reden wir ja auch noch von einem englischen Verein, im Zweifelsfall kommt halt irgendwie der nächste Scheich um die Ecke und gleicht das halt irgendwie auch wieder aus. Und im Vergleich zu Fernsehgeldern ist es eh Peanuts und so weiter, ja, ja, klar. Aber trotzdem, es ist halt schon irgendwie, ich mein, diese Kontrollen kosten ja auch Geld und die werden ja nicht von der UEFA bezahlt, sondern das muss ja der Ausrichter bezahlen, wobei der Ausrichter ist die UEFA in dem Fall, also, ja, weiß ich nicht, aber ein bisschen was werden die da sicherlich auch irgendwie auf Ajax dann, äh, Ajax auf Arsenal dann, ähm, abwiegen, also ist halt schon, pff, krasse Nummer. Ja, ist alles ein bisschen skurril und du merkst ja auch, wenn jetzt, dass die mega Problemfans werden, ne, wenn die jetzt, wenn wir jetzt hier ständig durch irgendwelche Randale in Wirklichkeit, das, was hier ja immer wieder so übertrieben wird, wenn jetzt wir wirklich dafür bekannt und berüchtigt werden, dass wir über die Familienblöcke rennen, da alles kaputt machen, die Leute reinweise sterben, wenn die Frankfurter ins Stadion kommen, dann würde ich noch sagen, ja, klar, logisch, musst du unbedingt kontrollieren, oh Gott, sperrt diese Bestien, wie es damals ja auch schon hieß, aus, aber das ist so ein Schwachsinn, ne, Leute, wir, da ist mal ein bisschen gezündelt worden, da wurden mal im Endeffekt auf Provokationen mit einem Rückwurf von ein paar Stühlen reagiert, meine Güte, oder Sitzschalen, oder wie auch immer, also, man muss ja auch hier mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, und das Schlimme ist ja, jetzt siehst du schon, wie weit das gekommen ist, oh, jetzt hier, dass bloß keine Solidarität entsteht, und irgendjemand seine Karte weitergibt, du wirst aus, du kriegst die Mitgliedschaft entzogen, du wirst lebenslang gesperrt, und was weiß ich, also, Leute, übertreibt es doch nicht so, wenn dann ein paar schlau waren, haben ihre Tickets verkauft, lasst sie doch machen, die Frankfurter freuen sich, im Endeffekt, ich erinnere mich an das Spiel in London damals, Chelsea, Halbfinale, es war doch auch, es war doch im Endeffekt, klar war es nervig im Stadion, da teilweise diese Untergruppierung, dass du dich eh ständig hinsetzen musstest, und dass du nicht im Endeffekt einen gescheiten Block dann nur für Frankfurter gemacht hast, ja, war ein bisschen blöd, auf der anderen Seite, es war ein geiles Erlebnis, und es hat richtig Spaß gemacht, und nimmt den Leuten doch nicht diesen Spaß, den sie eh nur noch im begrenzten Maße haben, weil der Verein und die UEFA sowieso so komisch drauf sind, und dementsprechend, ich bin einfach ein bisschen genervt, und es tut mir echt leid für Marvin und für Basti, und wer auch immer jetzt da noch in London unterwegs ist, das ist natürlich super ärgerlich, auch ganz viele, ich habe auch mit vielen darüber gesprochen, die schon lange diesen Städtetrip dann mit, wir kommen schon Montag, Dienstag an, bleiben ein paar Tage, gehen ins Stadion, fahren dann wieder nach Hause, dass denen der Spaß genommen wird, für so einen Scheiß, die hätten auch 100, 200, 300 Euro, für das Ticket bezahlt, dann steckt das Geld doch ein, seid ruhig, dann sagt, wenn ihr aufhalt als Frankfurt-Fans, fliegst du halt raus, wenn du irgendwie in deine Fan-Kleidung hast, jubelst für den Verein oder sonst was, aber lasst die Leute doch erst mal rein, und regt euch nicht im Vorhinein schon so auf, was für Bemühungen, was für Kontrollen da jetzt wieder, und am Ende, ich wette mit dir, René, wenn trotzdem ein paar wieder da gewesen seien, wirst du in verschiedenen Timelines, wirst du sehen, Bilder aus dem Blog, wo du siehst, ah, siehst, da haben es doch die Leute geschafft, also es wird auch nie diese 100-prozentige Sicherheit für die Leute von der UEFA geben, dass kein Frankfurt-Fan da reinkommt, auch wenn sie so sehr sich bemühen, das ist einfach Quatsch. Ja, oder im Zweifelsfall passiert dann irgendwas in der City, wo sie es nicht kontrollieren, und dann heißt es wieder von wegen hier, Frankfurter Fans randalieren in Londoner Innenstadt. Ja, das nächste Mal muss wieder ein Stadtverbot gemacht werden, genau. Dann stellt da halt sich keiner hin und sagt von wegen, warum waren sie denn in der Innenstadt, weil ihr sie nicht ins Stadion gelassen habt, obwohl sie rechtmäßig Karten erworben haben, das sagt halt dann keiner, sondern dann, wie du schon sagst, kommt dann nur wieder die Konsequenz, Total-Ausschluss aus dem Land verwiesen, weiß ich nicht, hervorsichtshalber in Kerker gesteckt oder irgendwas, lassen sie sich doch da als nächstes einfallen. Bin ich voll bei dir, René. Ich verstehe es auch nicht, dass nicht irgendwie die Verantwortlichen in London sagen, komm, dann machen wir ein geiles Public Viewing für die Fans, die da runterkommen. Dann haben wir es voll unter Kontrolle, können gucken, die, die vielleicht schon ein Ticket gekauft haben, Leute, schade, aber dann könnt ihr hier vergünstigt oder kostenlos zum Public Viewing kommen, die anderen bezahlen einen kleinen Beitrag, lässt die Leute ein bisschen Fußball gucken, hast das doch alles unter Kontrolle. Warum machst du diese Scheiße? Warum bietest du hier keine Veranstaltung? Warum machst du nicht ein bisschen Event draus? Also es ist immer dieses Gut und Böse hier, oh, wir müssen unsere Position jetzt hart durchsetzen, komm, werfen wir nochmal 20.000 Euro rein für totalen Irrsinn. Also es ist total Mist und es ist total verhärtet. Die Fronten sind hier eindeutig auch knallhart. Das nervt mich auch. Das ist für mich auch ein bisschen, was mir Angst macht für kommende Spiele. Ich hoffe so sehr, bitte auch an alle Fans, die hinfahren und wenn ihr ins Stadion kommt, bitte zündet wirklich nett und reißt dann irgendwas auseinander. Weil sonst sind wir noch mehr am Arsch. Sondern wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt einfach dieses Spiel, und da komme ich nochmal zum Sportlichen, weil wir haben jetzt so viel über Sachen gesprochen, dass wir hier ein ordentliches Spiel abziehen, auf dem wir aufbauen können. Und selbst wenn die Leistung am Ende nicht reicht, dass wir hier drei Punkte oder auch keinen Punkt mitnehmen, am Ende kannst du davon zehren, wenn du hier wirklich eine geile Leistung abreißt. Finde ich. Wenn du dann noch Punkte mitnimmst, ist das sowieso das, wo ich glaube ich sagen würde, wow, geil, jetzt hast du gegen Arsenal diesen Break-Even-Erfolg da irgendwie erzielt. Das wäre halt schon eine geile Nummer. Aber auch mit einer guten Leistung, das fehlt ja uns so ein bisschen. Das ist doch so ein bisschen, die Leute sagen, bei der Frankfurter ist die Luft raus. Ja, die Luft ist raus, aber die Luft ist nicht raus, weil irgendwie die Saison so lang ist oder sonst was, sondern einfach, weil die Systeme ein bisschen entschlüsselt sind. Das ist so, die Magie fehlt ein bisschen, aber auch dieser Biss, der Biss in der Mannschaft fehlt. Dieses, ich will jetzt unbedingt gewinnen. Und das muss gegen Arsenal bitte, bitte wieder da sein und Mannschaft bitte anstrengen und dann freuen wir uns schon auf das erste K.O.-Rundenspiel. So ist es. In welcher Aufstellung strengt sich die Mannschaft der Frankfurter Eintracht denn an? Dennis? In der Ausstellung, wie Marvin das ja auch nochmal angeteasert hat und du ja auch bereits im Vorhinein gesagt hast, offensichtlich ist ein Renault wieder auf dem Weg der Besserung und kann wohl spielen. Ansonsten ist ja eh die Skurrilität, dass wir wohl mit Zimmermann spielen würden statt Wiedwald, weil Wiedwald nicht... Wiedwald ist nicht spielberechtigt. Genau. Von daher, wenn ein Renault ausfällt, dann wäre in der Tat Zimmermann, der Goalkeeper. Wahrscheinlich, ja. Also es ist, glaube ich, super schwierig, Wiedwald da irgendwie nachzunominieren. Es geht ja auch dann wieder um diese... Zimmermann ist ja bei uns local-mäßig ausgebildet und so weiter. Korrekt. Und dadurch ist die Nominierung wohl, die Nachnominierung wohl sehr einfach. Wohingegen bei Wiedwald, es gibt wohl eine Möglichkeit, aber... Ja, dann müsstest du ja, glaube ich, dann irgendwie einen anderen Spieler irgendwie ausnehmen. Das ist dann auch irgendwie komplizierter. Also von daher wirst du es einfach nur dann über Zimmermann lösen. Aber so wie ich verstanden habe, ist Renault ja... Wiederspielfähig. Genau. Drücken wir mal die Daumen. Ansonsten, wie wir auch schon gesagt haben, die Innenverteidigung hat mir eigentlich ganz gut gefallen am letzten Spiel. Auch wenn natürlich 2-0, waren aber natürlich auch Scheiß-Tore. Hinterecke, Hasebe, ein dicker, denke ich, wird auch so wieder kommen. Na gut, du kannst auch Abraham wieder stellen. Der darf ja gegen Arsenal spielen. Stimmt, der dürfte, der dürfte jetzt. Okay, aber gut, wen nimmst du hier raus von den drei? Ein dicker. Du würdest tatsächlich mit Abraham... Nein, ich würde nicht. Also ich würde mit Abraham... Ich vermute auch, dass der Trainer das macht. Ich persönlich, wenn ich es aussuchen könnte, würde ich Hinteregger, ein dicker und Abraham stellen. Weil ich auch finde, dass ein dicker für den Spielaufbau wichtig ist. Ein Abraham, ein Hinteregger, also mehr auch auf den Außen oder du lässt ein Hinteregger in der Mitte stehen als Ausputzer. ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Trainer anders denkt und dann eher ein dicker rausnimmt und dafür ein Abraham reinbringt. Und Hasebe weiterhin spielen lässt. Ja, ich hatte aber, Hasebe hatte eigentlich auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht am letzten... Ja, es ist da hinten halt echt schwierig. Also, ja, wie gesagt, aber ich könnte auch, ich sage mal so, ein Abraham ist natürlich einer, der immer durch seine, durch seine Spielerfahrung, hat halt im Endeffekt auch schon viel erlebt, hat jetzt eigentlich wieder was gut zu machen. Er ist halt nach wie vor auch noch unser Kapitän. Also, da brauchst du halt auch viele Argumente, den Kapitän dann da draußen zu lassen. Es würde Hütter in seiner Argumentation, ich stelle doch keinen Linksfuß auf rechts, auch einfach wieder helfen, dass du einen Abraham auf rechts hast, einen Hinteregger auf links, ja, ein Hasebe in der Mitte. Genau. Was mir halt dann fehlt, ist der Rode, der sich halt aus dem Mittelfeld zurückfallen lässt für den Spielaufbau, sodass du dann im Spielaufbau in so einem 4-2-4 spielen musst oder kannst, aber da wäre so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht auch da jetzt einfach mal einen anderen Kniff an unser Spielsystem kriegen, bitte. Ganz kurz noch, René, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass Rode wieder trainiert hatte. Ja, das wäre natürlich gut. Ich las vor vier Stunden noch anderes. Lass mich mal ganz kurz. Rode konnte am Mannschaftstraining am Frankfurter Stadion teilnehmen. Einem Einsatz im Euroleague-Spiel am Donnerstag steht demnach wohl nichts entgegen. Rode hat sich in der Vergangenheit, also wie gesagt, am Montag gab es ja diese Entwarnung heute irgendwann im Laufe des Tages und er hat oder gestern besser gesagt ja dann und angeblich hat er heute wieder mit trainiert mit der Mannschaft. Okay. Das wäre natürlich extrem gut. Ob er dann natürlich im Sinne von voll oder doch noch ein bisschen zwar mit der Mannschaft, aber darin eben einige Einheiten nicht gemacht hat, keine Ahnung. Ich fand, es klang relativ vielversprechend, dass da vielleicht was geht. Schauen wir mal. Es wäre natürlich eine super Sache, weil du hast es genau gesagt und nur um, der Punkt war ja im Endeffekt, weshalb ich es gerade nochmal nur einbringen wollte, du sagst ja, dieser Motor, dieses, dieser Bulle im Endeffekt, den wir da kurz vor der Abwehr stehen haben, wäre super wichtig und ich glaube auch ein Rode will sich das Spiel nicht entgehen lassen. Deshalb lässt er sich vielleicht auch ein bisschen fit spritzen, in Anführungszeichen und reißt mal auf die Zähne, das Knie, ich denke, er weiß genau, wann was kaputt ist und wann es im Endeffekt einfach nur unglaublich schmerzt. Das ist leider seine Krankenakte zu entnehmen. Dementsprechend denke ich mal, dass wenn es irgendwie geht, ein Rode dann auch mit aufläuft und uns auch unglaublich gut helfen wird. Ja. Okay, dann hoffen wir mal, dass ein Rode spielt. Ich habe ihn jetzt mal als Spieler vor der Abwehr aufgeschrieben und dann kommt die lange Abwehrreihe. Ich bin mir fast ziemlich sicher, dass wir nichts großartig ändern würden. Das würde bedeuten ein Kostic auf links, ein Da Costa auf rechts und dazwischen ein Kamada und ein So. Okay. Das Einzige, was ich vielleicht ändern würde, ist, falls Da Costa aus welchen Gründen auch immer nicht mental in der Lage ist, mehr Leistung zu bringen als die letzten Spiele, wirklich mal mit dem Schändler anzufangen. Ja, aber ein Schändler als so weit vorne spielender rechtsaußen, ich weiß nicht. Ja, stimmt, hast recht, ja. Also da wäre, so ein Schändler wäre für mich einer, wenn du sagst, du spielst mit einer Viererkette, den kannst du hinten als Rechtsverteidiger spielen lassen, da wäre ich irgendwie fein mit, aber so weit da vorne ein Schändler. Hast recht, hast recht, ja. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich, wenn Da Costa mental oder spielerisch da gerade jetzt nicht so auf der Höhe ist, dann wird das ein Dom werden. Ja, aber genau. Also gerne, Da Costa, Startelf, wir sind uns einig. Ja. Nee, gerne. Und Kamada auf jeden Fall, Kasinovic war halt ein bisschen schwierig, wie der Kamada hat jetzt auch nicht super nach seiner Einwechslung gespielt, aber nee, aber irgendwie ist bei, es tut mir sehr leid, bei Kasinovic so ein bisschen Vertrauen ist weg und von Kamada glaube ich einfach, dass da noch ein bisschen was geht. Und er muss halt auch endlich mal eine Bude machen, ganz ehrlich, der hätte schon fünf Dinger machen müssen, es wird jetzt echt mal Zeit. Müssen tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Und so, denke ich, ist auch der Einzige, der da halt noch hätte kommen können, meiner Meinung nach, wäre Fernandes gewesen, der ja eigentlich für Rode sozusagen ein bisschen im Gespräch war. Weiß ich nicht, ob du dann mit so zwei Brechern da spielen willst, dann geht dir natürlich nach vorne einiges verloren, wenn du jetzt zum Beispiel Fernandes für So bringen würdest. Na gut, kommt ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an, ob du jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr durch die Mitte gehen willst, dann brauchst du eher so ein bisschen die kreativeren Kamada und So. oder ob du halt wirklich volles Feuer auf den Außen irgendwie haben willst, dann kannst du natürlich auch in der Mitte nur mit dem einen kreativen spielen und schiebst halt die anderen vier, also die Außen plus die beiden Stürmer in der Mitte ziemlich weit nach vorne, halte ich halt für ein gewisses Risiko, weil du hast halt auf der Seite von Arsenal mit einem Pepe zum Beispiel auch einen sehr schnellen auf der Außen und wenn da halt eine Lücke ist, der läuft dir halt gnadenlos davon, da kommst du halt nicht hinterher, also du darfst halt auch da glaube ich nicht, gerade auf den Außen nicht so viel Raum anbieten. Ja, na guter Punkt auf jeden Fall, ist natürlich die Frage, ob So, der ja wirklich jetzt auch nicht unbedingt das tollste Spiel am Wochenende gemacht hat, wirklich für den Kreativ-Status in dem Spiel, ob es überhaupt dazu kommen wird, dass wir mal kreativ nach vorne spielen können oder ob wir eigentlich eher Fernandes brauchen, der so ein bisschen dieses Aufbauspiel von Arsenal zerstört und wir im Endeffekt auf Konter und was wir eigentlich ja nicht mehr sehen wollen, aber bei dem Spiel, wenn wir nicht drum rum kommen, langer Hafer, im Endeffekt ja schnell das Mittelfeld überbrücken, Konterspiel, Umschaltspiel, das ist glaube ich hier eher gefragt, als jetzt wirklich ein Kreativ- Feuerwerk, wo wir über ein paar Stationen einen schönen Spielzug machen, das wird wahrscheinlich hier ganz schwierig, weil wir einfach immer noch gegen Arsenal spielen und da die Qualität tatsächlich, ja ich sehe ein bisschen bei so ein Problem, dass er wahrscheinlich nicht zur Entfaltung kommen wird, er wird wahrscheinlich eng angegangen, er wird gar nicht viel Platz haben und ob er da den Schritt schon hat und auch von der Körperlichkeit und von der Fitness im Kopf so weit ist, zu sagen, ja es ist zwar Arsenal, aber komm, ich mache, ist natürlich eine Gelegenheit für ihn, ein Megaspiel zu machen und dann auch mal diesen nächsten Schritt zu machen, auf der anderen Seite auch eine große Gefahr, dass genau diese Fehlpässe dann eventuell im Aufbauspiel uns natürlich totales Genick bringen, du hast es gerade gesagt, wenn dann natürlich der Pass von So bei Spraiser auf den Kostic auf außen nicht kommt, Kostic ist schon weit im Raum, So ist weit im Raum und dann geht die Kontermisere los, das ist natürlich im Endeffekt was, das können wir nicht gebrauchen. Dein Plädoye wäre eher so aus einer, aus einer gesicherten Abwehr heraus mit dem Konter zu agieren und deswegen ein So rauszulassen und stattdessen eher mit zwei Sechsern dann da rein zu gehen. Die klassischen zwei Sechser, genau Doppel-Sechs mit Rode und Fernandes eventuell aber sogar und das ist ein System, was wir so glaube ich auch noch nicht gespielt haben, was auch von den Spieltypen eigentlich nicht üblich ist, aber ein So vielleicht vor diese Doppel-Sechs zu setzen, sozusagen klassischer Achter, um eben diese Lücken nicht zu groß werden zu lassen, da also wirklich ein kompaktes, enges Mittelfeld zu machen, zwar fehlt dir dann dieser Kreativkopf und eventuell auch so ein bisschen dieser, ja, wie soll ich sagen, Passgeber auf der Zehn, Gasinovic oder im Endeffekt Kamada. Auf der anderen Seite, ob wir so viele Situationen haben, in denen wir überhaupt irgendwelche Schnittstellen, Pässe und so weiter spielen können, keine Ahnung, fraglich, ob und so, kann das sicherlich auch und sowohl Gasinovic als auch Kamada haben uns halt die letzten Spieler auch nicht wirklich überzeugt, vielleicht hast du dann die Möglichkeit zu sagen, wunderbar, ihr Stürmer vorne habt ein bisschen Möglichkeit, noch ein bisschen versetzt zu stehen, vielleicht, dass du einfach diese Linien nicht zu weit auseinander, ja, dass du in jeder Linie und in jeder Ablehrlinie sozusagen auch noch einen Spieler hast, den du anspielen kannst, denn das, finde ich, fehlt oft gegen so starke Spieler, gegen so starke Mannschaften und das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, das ein bisschen aufzubrechen, da hättest du die langen Bälle, dann könntest du über Kostic und Acosta über die Außen, wenn es über die Mitte, stehst du stabil, schnell nach außen die Bälle abtropfen lassen, vielleicht auch mal über So, dann über die Acht ein paar Meter gehen, mal einen Schnittstellenpass, mal einen langen Pass wieder auf die Außen oder direkt nach vorne, selbst abziehen, So hat auch eigentlich keinen schlechten Schuss, habe ich zumindest mal gehört, gesehen habe ich es noch nicht, gesagt, also ich denke, vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, um sowohl Garcinovic auch Sabka Mada ein paar Minuten noch auf der Bank zu verschaffen, die ja immer auch noch kommen können, wir haben hier ja auch, die werden sicherlich noch benötigt und auch in diesem Spiel kann es sein, dass wir merken, das funktioniert gar nicht, dann musst du eben in der Halbzeit wechseln, aber vielleicht wäre das eine Startelf, wie siehst du das, René? Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis, du sagst, Renault im Tor, hinten die drei Abwehr, dann davor ein Rode und ein Fernandes als Abräumer, Doppel 6, genau, dann so auf der 8, um das Mittelfeld ein bisschen kompakter zu haben und dann hätten wir davor unsere beiden schnellen Außen mit einem Kostic und da Costa. Jawohl, genau, und im Sturm, da bin ich jetzt gespannt, wenn du da jetzt reinschreibst, musst du eigentlich einen Dost nehmen, weil du im Endeffekt mit den langen, hohen Bällen ist er eigentlich der Verwerter Nummer 1 in unserer Mannschaft, dafür haben wir ihn eigentlich ja geholt und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn er mich wieder nicht überzeugt hat, ein Paciencia ist unser effizientester Stürmer momentan immer noch. Das heißt, der müsste da auch spielen, das heißt Paciencia Dost vor einem Sturm. Sehe ich anders, ich glaube, Dost kriegt ein Päuschen, weil er ja auch an mehreren Stellen jetzt wieder gesagt, hat, dass er noch nicht so ganz fit ist und so ein bisschen nach wie vor noch Schmerzen hat. Ich denke, dass du in dem Duo hier in unserem Portugiesen-Pack Paciencia Silva sehe ich eher einen Vorteil, die sind wendig, die sind schnell, ich glaube, dass Silva da auch noch irgendwie so ein bisschen mehr bringen kann, also mein Voting wäre tatsächlich für die beiden Portugiesen Paciencia Silva von Beginn an. Ja, kein Problem, gehe ich gerne mit. Und dann Dost kannst du auch ganz gut, finde ich, als Einwechselspieler noch reinschmeißen. Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich einer der, für mich war es eben die Körpergröße. Ich glaube, Dost ist knapp zwei Meter, 1,96 oder sowas und Silva 1,80 oder ein bisschen mehr als 1,80. Ja, aber ich glaube, mit Kopfballen kannst du da sowieso nicht irgendwie reißen. Also guck dir doch mal an, wen die da bei Arsenal in der Abwehr stehen haben. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, ist aber natürlich trotzdem so ein Mittel, wenn mal einer durchfällt, ist für mich natürlich ein Dost allein durch seine Körperlichkeit vorne. Aber ich gehe gerne mit dir mit Silva Patience ja von Anfang an und falls wir sehen, oh, wir brauchen doch nochmal einen langen Lulatsch da vorne drin, dann kann man ja auch noch einen Dost bringen. Ich kann doch mal nachgucken, wie groß sind denn hier die anderen? Okay, ein Sokrates ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß mit 1,86. Der ist auch nicht besonders schnell. David Lewis ist knapp 1,90. Ja, nee, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass uns da jetzt eher die vielleicht kreativeren Spieler am Boden mehr bringen als jetzt der lange Dost da in der Luft. Gerne, 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 gerne. Und wie gesagt, vielleicht stellen wir irgendwann dann nochmal um, dann kannst du mit ein bisschen langen Flanken, um noch einen Lucky Punch hinten rauszuholen. Es wird ja auch mal Zeit, dass im Endeffekt ein Silva hier nochmal schön netzt, Patience ja wieder und du hast es gesagt, vielleicht auch Kamada irgendwann kommt und sein Tor macht. Ja, es ist ja, es ist auf jeden Fall ein, ein leeres Buch, was sehr gerne mit schönen Geschichten gefüllt werden kann, von denen wir noch lange, lange erzählen. Ergebnistipp, Dennis. Also, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir tatsächlich in dem Spiel als Sieger sogar rausgehen und ich tippe auf ein 2-1 für die Eintracht. Jetzt habe ich hier 12-2 aufgeschrieben. Das ist, das hoffen wir mal nicht. Der Tag war lang. Ich habe am Anfang überlegt, was ich tippen soll und ich tippe exakt das gleiche wie du. Oha. Ich sage auch, die Eintracht gewinnt mit einem 2-1. Der Wille ist da, allein der Glaube ist schwach oder so ähnlich. Es wäre so mein Wunschergebnis und ich würde es echt, echt hoffen, aber ich bin da gerade so ein bisschen präventiv-pessimistisch, wie Basti das immer so gerne hat. Ich glaube da noch nicht so richtig dran. Aber ich würde trotzdem niemals gegen die Eintracht tippen. Ja, ich kann dich auch verstehen. Es ist aber, man muss immer wieder sagen, am Ende zählen natürlich nur die Punkte und so weiter und wir sind alle mega enttäuscht, wenn wir hier am Donnerstag keine Punkte holen. Auf der anderen Seite, wenn du hier merkst, dass die Mannschaft ein richtiges Feuerwerk abgefackelt hat und da der Wille da war, dann sehe ich für den Rest der Saison auch ein bisschen entspannter, insbesondere für den Rest der Hinrunde, wo ja jetzt genau diese Ausdrucksweise, wie im Interview vorher, hat Hütter noch gesagt, ja, nicht O-Ton ist es nicht, aber sowas wie in den nächsten Spielen, da müssen wir eigentlich mal punkten, weil die Gegner sind eigentlich so, dass man Punkte auch sammeln kann. Jetzt haben wir mal gegen die Bayern gewonnen, das haben wir vorher nicht eingerechnet, aber jetzt kommen Wolfsburg, Mainz und so weiter, da musst du eigentlich die Punkte holen. Jetzt haben wir natürlich das erste Spiel schon mal in Sand gesetzt, was auch noch ein Heimspiel war, es tut natürlich doppelt weh. Auf der anderen Seite, wenn du diese Moral zeigst gegen Arsenal und dann geiles Spiel machst, dann bin ich wirklich optimistisch, um jetzt auch den Übergang zum nächsten Thema noch ein bisschen zu nehmen. Mainz, Montag, wir haben es schon gesagt, Schalz. Can you do it on a manic Monday in Mainz? Das ist, ja, das ist natürlich fürchterlich, die Geschichte. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario, ja, du hast Wolfsburg, da hast du schon irgendwie wenig Böcke zu, kriegst da noch irgendwie gegen zehn Wolfsburger, verlierst du 2-0, dann hast du Arsenal, lässt da wahrscheinlich richtig Körner, wenn es gut läuft, holst du die drei Punkte und dann guckst du auf den Tabellenplan, da steht Montagabend 20.30 Uhr in Mainz. Da machst du doch vor Freude das Buch wieder zu, ziehst dir die Decke über den Kopf und denkst, hoffentlich wache ich nicht auf. Ah, so schlimm finde ich es gar nicht. Es ist natürlich der total... Ich habe auf das Spiel so gar keinen Bock. Jetzt nicht, weil es Mainz ist, das ist mir eigentlich vollkommen Latte, aber in der Konstellation Montagabend, ich habe da so null Interesse dran gerade. Aber es ist doch mal eigentlich das, was lange Zeit versprochen wurde. Montag... Was? Montagspiele? Montag wird mal eingeführt oder wurde mal angeblich eingeführt, um die Euroleague-Mannschaften zu entlassen. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ein absoluter Bonuspunkt. Jetzt nach, weiß ich nicht, wie lange gab es jetzt Montagsspiele? Zwei Jahre, jetzt kurz bevor sie es abschaffen, ziehen sie es tatsächlich mal durch und ein Euroleague-Teilnehmer darf Montagabend zur Entlastung spielen. Großartig gemacht, lieber DFB. Großartig. Aber jetzt muss man ja wirklich sagen, so viel, jetzt haben wir immer drauf geschimpft, Scheiß, Montag, 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 so ein Mist. Ja, es ist immer noch beschissen. Mainz ist zum Glück auch Montagabends mal schnell fahrbar. Es ist ja von der Distanz her, haben wir ja in dem Sinne mal wirklich Glück gehabt. Auf der anderen Seite, wir haben einen Tag mehr ein bisschen Regeneration. Es ist tatsächlich, dass ich ausnahmsweise mal sage, das Montagsspiel ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste für uns, dass das Spiel Montagabends um 20.30 Uhr stattfindet. Auf der anderen Seite musst du natürlich da auch wieder gucken, es ist wieder die Konzentration wieder auf den Liga-Alltag und so weiter. Mainz ist jetzt auch, wie wir schon immer gesagt haben, nicht unbedingt der attraktivste Gegner und ob du da jetzt dich so motivieren kannst und insbesondere dann auch noch Montagabends, das ist immer die Frage, aber es muss sein. Und auf der anderen Seite musst du auch aufpassen, Mainz, klar, Tabellen 13er mit 12 Punkten, nicht sonderlich toll, eine katastrophale Tordifferenz von minus 14. Die sie jetzt aber ja schon ausgebessert haben, nachdem der Herr Bayerlotzer, Grüße an die Kölner, die den nicht mehr wollten, da jetzt aufläuft, gewinnen die am vergangenen Wochenende 5-1 gegen Hoffenheim, deren Spielermaterial auch irgendwie zwei Regale oben drüber ist. und die, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig im Kopf habe, ja auch zwischenzeitlich zu zehnt waren. Das wirst du wahrscheinlich sogar richtig im Kopf haben, ja. Also da kommt halt jetzt irgendwie alles zusammen, ja. Die haben einen neuen Trainer, die sind gerade arschmotiviert, die haben extrem was gut zu machen, was der Trainer denen jetzt irgendwie einreden wird, ja. Die haben ein Heimspiel und wenn man sich die Statistiken anguckt, da haben wir die letzten Spiele in Mainz entweder immer verloren oder nur unentschieden gespielt. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ich bin heute der Meister der schlechten Laune, glaube ich. Nein, da ist leider sehr viel Realismus auch dabei, es nervt natürlich total. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir es jetzt nicht zu sehr in den Keller reden hier, denn man muss immer noch sagen, die Eintracht kann und hat das Potenzial, Mainz locker zu besiegen. Und wir haben an dem in der Zeit hier, in der Spielzeit auch schon Spiele gesehen und da brauchen wir gar nicht zu weit weg zu gehen und nein, die Bayern ist jetzt nicht das Nonplusultraspiel gewesen, der auf Lebenszeit, ich werde jetzt auch nicht jede Folge die Bayern oder das Spiel gegen die Bayern zitieren, aber Leute, du musst einfach gucken, du musst dich wieder motivieren können, du musst wieder schauen können, dass du da aggressiv spielst, du musst gucken, dass du gescheites Pressing spielst und dann hat Mainz meiner Meinung nach gegen unsere Mannschaft auch wieder deutlich schlechtere Chancen im Sinne von, wir werden da hoffentlich dann auch mit drei Punkten rausgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, da hast du jetzt nicht in so einen Abgrund, in so einen Strudel geraten, denn das ist diese Gefahr von dem Donnerstagsspiel. Wenn du da natürlich jetzt, du hast schon gesagt, René, dann bist du auch noch ausgelaugt, dann musst du vielleicht da mit 120 Prozent spielen und kriegst am Ende trotzdem keine Punkte, dann verlierst du vielleicht wieder so ein unglückliches Ding in der drei neunzigen Minute. Und nein, ich will es jetzt nicht an die Wand treten, aber es kann natürlich passieren. Dann dürfen wir aber auch Mund abputzen, dann muss in der Liga wieder volle Leistung gezeigt werden. Und das ist natürlich nervig und es ist immer so leicht gesagt. Aber Leute, wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr, zu sehr alles schlecht reden. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir zumindest dann, wenn wir diesen Europa-League-Termin jetzt mal ausblenden, normalerweise wäre das doch... du kannst es so oder so nicht so richtig vergleichen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie den Gegner Arsenal und den Gegner Mainz jetzt irgendwie versuchen, gleichermaßen zu bewerten. Es sind komplett andere Spielsituationen, es sind komplett andere Gegner. Wenn, dann würde ich eher gucken, Mainz im Vergleich zu Wolfsburg-Freiburg. Und da sahen wir halt in beiden Spielen schon eher so Grütze aus. Ja. So, und wie gesagt, Mainz hat halt jetzt gerade, da hat gerade einer den Nachbrenner gezündet. Ja, die sind jetzt halt alle irgendwie heiß. Und der Benedict hat es gerade eben in den Chat gespielt, so wie im letzten Jahr nach dem Chelsea-Rückspiel. Da haben wir ja dann auch gegen Mainz gespielt und wir wissen ja alle noch, wie das ausgegangen ist. Also, ich sehe uns da nicht über ein Unentschieden drüber hinauskommen, ganz ehrlich. Und das ist schon mit viel Wille und Motivation und absoluter Euphorie komme ich da am Ende auf ein Unentschieden. Aber niemals im Leben auf drei Punkte, sorry. Ich weiß es nicht. Ich muss wirklich sagen, es ist so abhängig von diesem dämlichen Donnerstagsspiel. Ja. Ich hoffe so sehr, dass du diese Euphorie aus diesem Spiel und ich bin trotzdem euphorisch, auch wenn keine Fans hinfahren können, wir alle hier jederzeit von der UEFA und allen anderen gedemütigt werden, wenn es um sowas geht. Müssen wir Mund abputzen, können wir eh nichts dran machen, mit Kumpels zusammenschauen und trotzdem mitfiebern und trotzdem hoffe ich auch an der Stelle, dass wir einfach ein geiles Spiel sehen werden und daraus einfach für die nächsten Spiele richtig zehren können. Und da denke ich, am Donnerstag, ja am Donnerstag, sorry, am Donnerstag, damit du im Endeffekt genau dann diesen Fluch auch, dieses fürchterliche Mainz einfach besiegst und dann sind alle zufrieden, dann bist du auch wieder voll im Soll, dann hast du 20 Punkte, wie geil ist das denn, was haben wir denn dann, 13 Spieltage hinter uns, das wäre doch genial. Also ich muss wirklich sagen, 20 Punkte, wir hätten das gedacht, die Mannschaft im Riesenumbruch und wie toll haben wir es dann doch kompensiert, dann musst du jetzt einfach auch mal wieder gucken, dass wir ein bisschen diese Motivation und diese Laune wieder mitnehmen. Ah, die Frankfurter, ja ich weiß, viele haben sich gefreut, dass die Eventis jetzt nicht mehr im Stadion sind oder dann früher gegangen sind und Leute, bitte, diese Nebenkriegsschauplätze, scheiß doch drauf, ob da einer ist, der jetzt schon seit 20 Jahren da ist oder einer, der jetzt seit halt einem Jahr da ist, weil er es jetzt geil findet, dass die Eintracht toll ist. Und das ist, wie soll jemand zum Fußball kommen, wenn nicht über eventuell so eine, nicht jeder ist eben geprägt seit Jahrzehnten von dem Verein, hat diese ganzen Höhen und Tiefen mitgemacht, aber jeder hat normalerweise das Recht, zumindest mal den Einstieg zu bekommen. Und der Einstieg ist einfach sehr viel einfacher für jemanden, der einen erfolgreichen Eintracht sieht, als wenn es im Endeffekt die graue Maus der Liga ist. Dementsprechend finde ich dieses Thema, um da auch nur ganz kurz, wollte ich nur ein kurzes Statement halt zugeben, finde ich ein bisschen schade, dass da diese Stimmen sind, geil, dass diese Eventfans und so weiter wieder weg sind, ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir einfach gucken, ich möchte diese Euphorie, die jetzt die ganze Zeit da ist und die die ganze Zeit im Verein ist, auch weiterhin diese Euphoriewelle reiten. Und dafür brauchen wir am Donnerstag einen Siegpunkt aus, am Montag dann auch noch nachlegen und schon geht es weiter. Und dann kann auch gerne wieder jeder Event-Fan ins Stadion kommen, wenn er das will. Allein mir fehlt der, glaube ich. Ich glaube, das ist auch jetzt wirklich sehr geprägt, jetzt gerade auch so von den Eindrücken von Wolfsburg. Wolfsburg-Spiel, oh ja. Und auch abhängig von dem, wie das am Donnerstag ausgeht. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich mache jetzt hier mal den Basti, wenn das am Donnerstag irgendwie Hire und Feier für uns am Ende ausgeht, dann totale Euphorie. Und wenn ich dann am Freitag einen Tippschall ausfüllen müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, irgendwie hier Handicap 0-1, wir schießen 1-3-1 aus dem Stadion. Sehr gut. Heute sage ich, das Ding wird am Ende so ein ganz langweilig, ekliges 0-0. Ja, womit wir ja auch dann im Endeffekt am Ende zufrieden sein müssen, langsam und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dann halten wir eben 18 Punkte zu der Zeit. Was ist dann der nächste Gegner? Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf. Hertha, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das ist, kommst du vom englischen Regen in die Mainzer Traufe und dann ins Spiel gegen Mainz. Also es wird nicht besser. Obwohl das natürlich noch besser ist, als dann die Woche drauf oder zwei Wochen später ist ja dann Schalke. Das ist zumindest vom Potenzial her wahrscheinlich eher machbar. Erstmal kommt dann hier noch die spanischen Portugiesen und dann kommt Schalke. Aber gut, gucken wir gar nicht zu weit in die Zukunft. Das heißt jetzt, Punkte sammeln. Dann auch noch englische Woche da vor Weihnachten mit Schalke, Köln und dann Paderborn. Aber, mein Lieber, dann musst du dir halt die Tabelle mal anschauen. Wir müssen da einfach punkten. Das ist jetzt das, wo es sich am Ende der Saison entscheidet, auf welchem Tabellenplatz du bist. Also ganz ehrlich, da sind jetzt von den Mannschaften, die da jetzt als nächstes kommen, sind ganz viele, die du wirklich in die Kategorie schlechter bis hin zu Fallobst stecken würdest, wenn du jetzt gegen gegen Köln, gegen Paderborn und Mainz nicht Punkte mitnimmst. Und Berlin ist auch, die sind auch total am Arsch momentan. Das musst du auch mal ausnutzen. Ja, da glaube ich noch nicht so richtig dran. Aber ich sag mal, wenn du gegen Köln, Paderborn und Mainz sieben Punkte mitnimmst und die anderen dann eher so als Kanspiele siehst, dann wäre das halt schon irgendwie, also das wäre für mich das Minimum. 24 Punkte wäre schon wert. Das wäre das Minimum, was ich da jetzt aus den Spielen noch irgendwie sehen würde. Also die sieben Punkte musst du da jetzt irgendwie mitnehmen, weil ansonsten ist halt echt fühlt sich nicht so schön an. Nein, es fühlt sich dann gar nicht schön an, obwohl und da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, wir warten jetzt mal den Donnerstag ab und danach sehen wir, denke ich, was los ist. Drücken wir mal die Daumen. Ansonsten tippmäßig für den oder ich sag mal eine Mannschaftsausstellung ist ja super. Aufstellung habe ich zwar hier reingeschrieben, aber die lassen wir jetzt mal ganz gekonnt weg, weil du weißt nicht, wer da irgendwie sich verletzt am Donnerstag, Gott will, wir wollen es nicht beschwören, aber wer da irgendwie auf dem Zahnstocher ausrutscht oder irgendwie, weiß ich nicht. 200% gegeben hat, indem wir sprechen. Und einfach deine Pause braucht, also von daher auf der Aufstellung nicht. Ich bleibe bei meinem Tipp. Bei deinem 0-0. Das wird ein ekliges 0-0, wahrscheinlich irgendwie noch mit Schneehagel, Regengemischmasch, also nichts Schönes. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, ja, dass wir am Donnerstag gewinnen, wie wir ja auch getippt haben vorher. Dementsprechend gehen wir auf der Euphoriewelle, reiten wir noch ein bisschen weiter und knallen Mainz mit dem berühmten 1-3, was du vorhin schon angeteasert hattest aus dem Stadion. Ja. Wer wissen möchte, welche Drogen Dennis in seiner Freizeit nimmt, der fragt ihn bitte direkt. Gerne. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja. Achtung, Werbung, Justusbrunn, Mineralwasser-Medium. Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt aus dem Justusbrunn in Eichenzell. Werbung endet. Dankeschön. Hashtag Markennennung, keine Werbung. Bitte. Gut, okay. Also wir müssen ja schon konform bleiben. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit und wir gucken mal, was so ehemalige Spieler von uns machen in der Kategorie Was macht eigentlich? Oha. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich dich denn? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. So, diese Woche war ich dran, einen Spieler rauszusuchen und ich bin jetzt echt gespannt. Du müsstest ihn eigentlich relativ schnell hoffentlich erraten. Ich fange jetzt mal mit etwas Ungewöhnlichem an. Sein zweiter Vorname ist Oskar und sein dritter Vorname ist Walter. Okay. Oskar. Ja, er ist geboren in, im Jahre 1980 und sein Geburtsort ist Gelnhausen. Was? 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 Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet bei Gelnhausen, dass du da drauf kommst. Ja, ja, da wäre ich eigentlich auch drauf. Jetzt bin ich aber mal, warte mal, warte mal, warte mal, Oskar Walter sind die zweiten Namen. Zweiten und dritten Vornamen, jetzt nicht googeln, das wäre jetzt irgendwie hier. Nein, 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 Lass mal belegen. Nochmal die anderen Tipps. 1980 geboren, kommt aus Gelnhausen. Gibt es noch einen weiteren Tipp? Ja, er hat nicht viele Spiele für die Eintracht gemacht, in der Tat, nur 14 Spiele und dabei zwei Torevorlagen, hat vorher in der zweiten Mannschaft der Eintracht auch gespielt. Ist das Falk wahrscheinlich, oder? Korrekt. Ja? Das ist korrekt. Patrick Falk, eins der Talente, wo man immer gedacht hat, das wird mal ein ganz großer und der ja dann leider durch ganz, ganz viele Verletzungen da zurückgeworfen worden ist. Also der war ja relativ früh beim FSV Lieblos als Jugendspieler und kam dann zur Eintracht in die Jugend und ist dann auch von einem Talentscout tatsächlich von Barcelona mal beobachtet worden. Okay. Und die wollten ihm wohl auch gerne da irgendwie in die Jugend holen. Der Vater war aber eher für die Eintracht und dann ist er dahin so ein bisschen gewandert beziehungsweise hat er einen kleinen Umweg über die A-Jugend von Leverkusen gemacht und kam dann zur Eintracht und er debütierte am 14. August 99 mit 19 Jahren in der Bundesliga und er hatte da eigentlich auch so ein bisschen also war da eigentlich auch ganz stark unterwegs und dann kam der Wechsel von Berger zu Magath und der hat ihn halt überhaupt nicht gesehen. Und dann ging er über Braunschweig und Oberhausen zu Offenbach und dann in die Regionalliga und da waren halt immer wieder Verletzungen dabei. Also der hat in seiner gesamten Karriere nicht wirklich viele Spiele gemacht, obwohl er wirklich so ein großes Talent war und ganz viele an ihm gesehen haben und er ist heute Trainer, Spielertrainer bei bei wo hatte ich es denn hier gerade eben wo hatte ich es denn hier gerade eben jetzt habe ich es wieder weggescrollt ich Held der Natur Germania Ortenberg Okay also auch wieder hier in the weather in the weather in the weather in the weather genau ja da Trainer und hat natürlich auch so eine Spielerberater Karriere nebenbei also hier als Sportmanagement also ist halt echt total schade weil er halt einfach ein extrem ja anspruchsvoller oder sagen wir mal verheißungsvolles Talent war was von talentiert auf jeden Fall Spielern da gesehen wurde ja ja Wahnsinn okay das heißt ja im Endeffekt ist so was hast du gesagt 80 äh 1980 er ist jetzt 39 okay ja Wahnsinn aber wenn ich jetzt mal gucke was er hier als nicht bei den Junioren sondern bei den Herren gespielt hat dann hat er 6 19 23 33 43 52 55 65 äh 70 100 also er hat knapp 100 Spiele gemacht okay für die Herren von 98 bis 2005 das ist halt exakt nix das ist wirklich nicht viel und wie war das mit den mit den U-Mannschaften wo hat er da äh na der der kam von Lieblos zur Eintracht und ist dann nochmal in die A-Jugend von Leverkusen und kam dann in der Saison 99 2000 also er würde fast wunderbar zu unserer Kategorie von vor 20 Jahren ja zur Eintracht zurück und hat da echt eine geile Hinserie mitgespielt und dann gab es ja den Wechsel Spoiler von Berger zu Baggert ähm und der hat überhaupt nicht gesehen er war ja so klassisch eine Spielmacher Position und da hat Maggert ihn halt überhaupt nicht gesehen ja wahrscheinlich kam er dann auch irgendwie hier äh den Berg des Grauens oder wie das Ding da hier irgendwie hieß nicht schnell genug hoch Fitnessberg ja so okay also echt schade dass er dann da keine Chancen hat und nie so richtig zum Zug kam weil war halt wirklich eigentlich so ein Talent wo du gedacht hast da kann ganz viel draus werden ist leider tatsächlich äh ja einigen zum zum äh ja sozusagen zum Problem geworden dass dann der Körper nicht so mitgespielt hat danach später ne also so hatte ich es jetzt verstanden ne das ist dann einfach auch ja Körper aber halt auch einfach dass er halt nie so richtig Fuß fassen konnte also er kam nie so richtig nie so richtig da auch rein ja also da kam so das eine zum anderen das ist echt nicht schön genau und wie gesagt jetzt als Spielertrainer so hatte ich es gelesen äh bei Ortenberg bei Ortenberg ja was ja auch ums Eck ist quasi ja stimmt war vorher bei der KG Wittgenborn als im Wittgenborn ja ja das kennt man natürlich und ist jetzt als Spielertrainer in Ortenberg seit 2018 wenn ich das hier richtig lese gibt es hier eine eine Nachricht drücken wir mal die Daumen dass es da wenigstens einigermaßen jetzt funktioniert ja der Ortenberg steht aktuell mit 17 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der Kreisoberliga in Büdingen wäre ja fast mal fast ja mal ein Ausflug wert dann halten wir das mal fest ja Eintracht Podcast auswärts meets FSV Ortenberg schauen wir mal vielleicht kriegen wir es ja irgendwie im Terminkalender unter das wäre tatsächlich was ich verlinke euch das mal ja super dankeschön René auf jeden Fall interessant liebe Hörerinnen und Hörer wenn ihr Ideen habt für Spieler über die wir mal sprechen sollten dann ja weiß ich nicht äh schickt die uns bevorzugt natürlich irgendeinem aus dem Team damit derjenige den dann verwenden kann und die anderen davon nix mitkriegen ansonsten treuhänderisch an mich und ich los das dann den anderen zu und halte mich dann und halte mich dann aus der Diskussion ein bisschen raus der Benedikt spammt hier die ganze Zeit unseren Chat voll will dass wir ganz unbedingt äh über ähm Skipper reden das wäre natürlich jetzt eigentlich ein Thema gewesen wenn Frau Alex dabei war aber vielleicht können wir ganz kurz den Exkurs machen ähm das scheint wohl gerade so ein bisschen in der Diskussion zu sein auch initiiert durch äh Ton ja Bayern schmeißt Kovac raus und macht hier den den ähm Wellensittich Move mit Hansi Flick und jetzt die Überlegung beim BVB Favre auch raus und könnte dann eventuell ein Skipper nachrutschen also ganz ehrlich ich mochte Skipper immer als Mensch aber in der heutigen Zeit den da als Trainer bei einem BVB hinzustellen weiß ich nicht also du hast vorhin gefragt fragt fragt denn Dennis was er für Drogen nimmt also da scheinen andere ganz andere Probleme zu haben außer in Justusbrunn ja also nein also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen äh super schwierig aber die Situation ich habe das tatsächlich gar nicht so richtig verfolgt ähm deshalb kann ich dazu jetzt nicht wirklich viel sagen René das ist eher den Part den du jetzt hier nochmal ähm mit abarbeiten müsstest ich kann nur dazu sagen für mich ist Skipper leider auch äh heute definitiv kein kein Trainer mehr für den BVB ne ich weiß nicht ob der heute überhaupt noch als also jetzt als Interimstrainer mal irgendwie als Notlösung aber jetzt auf längere Sicht gesehen und selbst und selbst dann als Interimstrainer beim BVB kann ich mir das echt nur schwer vorstellen also gehe ich voll mit dir ja ja nun gut dann vielleicht aber vielleicht haben wir die Chance lieber Benedikt dass Frau Alex demnächst mal wieder mit dabei ist und dann werden wir sie natürlich ganz ausführlich zu ihrer Meinung äh von Skipper als neuem Interim-BVB-Trainer falls es denn so kommen mag befragen wir können es ja mal unverbindlich auf die nächste Woche schieben dann vielleicht auch noch mal ein größerer Runde da kann ich mich auch mal ein bisschen einlesen mal schauen was so los ist und schauen wir einfach mal wir behalten es auf jeden Fall im Auge vielen Dank für den Hinweis nochmal und jetzt gucken wir mal was sich so getan hat vor 20 Jahren liebe Zuschauer Alexander Schur jetzt ist Schluss Beitrag Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga ja ist es denn zu glauben Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion willkommen im Irrenhaus so und da geht es weiter mit auch dem zwölften Spieltag wir haben letzte Woche den elften Spieltag besprochen da haben wir gegen die Hertha aus Berlin erfolgreich 4-0 gespielt und konnten den Abwärtstrend ein bisschen abwenden feine Sache auf jeden Fall und am zwölften Spieltag vor 20 Jahren wartete vor uns Werder Bremen in Bremen ein Auswärtsspiel an einem Freitagabend und ich bin mir ziemlich sicher du weißt wie das Ergebnis ist oder? Ja ich weiß tatsächlich wie das Ergebnis ist und das ist natürlich sehr sehr bitter ein 3 zu 1 gewesen aber das Schöne ist ein Torschütze auf Werder Seite der natürlich auch lange Jahre dann noch auch Bremen Spaß gemacht hat Ja das ist richtig 3 zu 1 die Tore machten Ailton in der dritten Minute bereits also man muss auch dazu sagen Bremen musste auch ein bisschen ein bisschen umstellen da war der ein oder andere verletzt aber dann kriegst du in der dritten Minute von das Ailton ein Tor Vorlage übrigens von Andi Herzog dann schaffst du in der 24 Minute den Ausgleich durch Schur mit einem Kopfballtor und es war auch die einzig starke Zeit die die Eintracht in dem Spiel wirklich hatte war so zwischen der 24 und der 45 Minute Davor war nix und danach war auch wieder nix und Werder hat das dann clever runtergespielt und dann kommt Ailton in der 66 wieder an deinem Tor vorbei diesmal mit dem linken Fuß und macht das Ding rein und dann kriegst du in der 90 Minute noch das 3 1 von Marco Bode eingeschenkt Ja grauenvoll grauenvoll das ist natürlich schon bitter und ja natürlich nach dem Super 4-0 vom letzten Spieltag dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht Ailton Spiel entscheidend die komplette Aufstellung der Werderaner Rost im Tor der war da gefühlt auch irgendwie 300 Jahre ja ja Frings Baumann Julio Cesar und Wiedener in der Abwehr Julio Cesar kennen wir auch noch Davor im Mittelfeld Dabrowski und Vicky Davor Seidel Herzog Bode und ganz vorne der Ailton und ich glaube wer Trainer von Werder Bremen damals war muss ich nicht sagen oder Nein Thomas Schaaf auf jeden Fall den kennen wir auch noch aus der Eintracht Zeit die Eintracht ist aufgelaufen mit Nikolov im Tor davor Kracht Jansen Kutschera links Bulut in der Mitte Weber Schur Guimin rechts Young hält irgendwie weiß ich nicht so verloren da vorne links und ganz vorne Fjörtoft der glaube ich auch noch so mit am aktivsten dann war ja eigentlich ja Wahnsinn was eigentlich eine geile Ausstellung wieder ich glaube auch Salou ist dann später ja noch eingewechselt worden der war ja im Spiel gegen die Hertha nicht dabei weil verletzt und ist dann aber eingewechselt worden in der 74 das war dann so quasi der All-In-Move hält übrigens auch eingewechselt in der 46 nee ausgewechselt in der 46 dafür eingewechselt wurde Dobby und der gerade angesprochene Patrick Falk natürlich auf der Bank zu der Zeit der gerade angesprochene Patrick Falk auf der Bank korrekt also es war so alles in allem ein ziemlich großer Griff ins Klo ja ist natürlich super ärgerlich dass du diese hier hat es ja anscheinend nicht funktioniert die Euphorie aus dem Vorspieltag mitzunehmen das ist natürlich sehr sehr schade na da wird es natürlich dann auch tabellarisch für die Eintracht etwas knapp wieder unten wie haben denn die anderen Mannschaften so gespielt die unten mitgespielt haben an dem Spieltag das sage ich dir liebend gern also unten mitgespielt wir sind an dem Spieltag dann am Ende abgerutscht auf dem 14. Tabellenplatz unter uns stehen dann am Ende von dem Spieltag Haching Bielefeld Ulm und Duisburg Ulm verlor 2-0 gegen Stuttgart Haching hat sogar gewonnen 1-0 gegen den BVB Duisburg hat 3-0 gewonnen gegen 60 München Duisburg hat 3-0 gegen 60 München gespielt gut die sind Regionalligist also heute damals nicht alles irgendwie eher Ja es rückt alles so ein bisschen näher beisammen generell auch damals schon so mittelfeldstechnisch mit 1-2 Siegen rutschst du da irgendwie schon schnell raus Konnte froh sein dass die Hertha auch verloren hatte gegen Lauter ein 1-0 das ist natürlich mit die nicht noch wegziehen es ist auf jeden Fall eine ziemlich enge Kiste aber 14. am 12. Spieltag mit leider auch nur 11 Punkten ist natürlich schon eine harte Nummer aber gut die Highlights des Tages München und der HSV setzen ihr Titelrennen fort München fiedelt den Freiburger SC mit 6-1 weg und der HSV schickt die Arminia aus Bielefeld mit einem 5-0 nach Hause da machen es die beiden unter sich aus ich sehe gerade da wurde dann mittwochs nachgespielt oder was unter Haching gegen Dortmund an dem Spieltag eine gute Frage zwei Wochen später das war der erste 12 der andere Spieltag war am 19. bis zum 21. 11. und Haching gegen Dortmund hat erst am 1. 12. gespielt was ist das denn für ein Quatsch ja das ist eine berechtigte Frage Nachholspiel ja das stimmt Bundesliga 12 der spielte Nachholspiel Haching Nachholspiel 99 wir suchen mal was sagt Tante Google dazu warum war das so gespannt nichts dann würde ich vorschlagen dass wir einfach bei Michael Skibbener fragen der ja zu der Zeit Dortmund Trainer war das ist richtig vielleicht kann Alex einfach mal anrufen und ihn mal fragen einfach mal fragen warum habt ihr eigentlich am 1. 12. in der Saison 99 2000 gegen Hachingen an einem Mittwoch gespielt kann you do it on a rainy Wednesday in Hachingen offensichtlich nein nein das ist richtig ja spannende Frage ja aber dazu nur weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben kann Michael Skibbe Dortmund nein konnte er damals nicht und heute oh no wir reden nicht weiter wir reden nicht weiter wir reden nächste Woche weiter wenn wir über den 13. Spieltag sprechen und da wird es ein ganz großes Spiel an einem Sonntag zu Hause und kannst du erraten wer unser Gegner ist wenn ich das so ankündige ich hab ein großer Gegner ja also nicht im Sinne von groß aber groß im Sinne von ja geschichtsträchtig also von wegen Fanfreundschaft mäßig ja es kann wahrscheinlich nur ja was könnte sein lautern wird es wahrscheinlich dann das ist korrekt wir sprechen nächste Woche über ein wunderbares Heimspiel an einem Sonntag gegen lautern und das wird interessant was ist das für ein Wochentag das spielen wir sonntags wenn ich sage Sonntag dann ist der Sonntag meistens ein Sonntag ja sorry sorry ja also nächste Woche sprechen wir über Spiele gegen lautern hier in der Kategorie und dann sind die anderen wieder mit dabei und dann wird das bestimmt auch ganz interessant sehr gut ja jetzt kommt die entscheidende Frage ist uns eine gute Tat eingefallen oder Empfehlungen ich bin gerade so ein bisschen arbeitstechnisch eingespannt von daher muss ich bei diesen beiden Kategorien leider passen hast du was Dennis ich habe dann das gleiche Problem wie du nein tatsächlich muss ich auch heute sagen weder eine gute Tat noch eine Empfehlung aber 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 ich denke in der nächsten Woche wird da auf jeden Fall wieder was kommen dann würde ich sagen gehen wir jetzt außer René wir können ja wir sagen mal wir geben dem Chat noch eine obligatorische Minute uns einen tollen Vorschlag zu schicken und falls diese diese wunderbaren 60 Sekunden ausgenutzt sind und bleiben ungenutzt oder verspätet kommt erst was rein dann haben wir wenigstens für nächste Woche was genau dann schauen wir mal ob der Chat jetzt spontan da noch drauf reagieren ich gucke gerade habe ich hier irgendein Lied auf dem Soundboard was exakt eine Minute geht ne habe ich leider nicht oder du machst einfach nach 60 Sekunden Schluss ich kann einfach nach 60 Sekunden Schluss wir können auch ein bisschen Spaß mit Musik machen wir können vielleicht hier den Marvin Mendel Gedächtnissong das geht immer Wundervoll Wundervoll es kam nichts im Chat dann Chance vertan nächste Woche genau ja ich würde sagen dann machen wir hier auch den den Sack zu ich sage nochmal ganzartig danke für alle die die uns unterstützen ich habe gesehen wir haben neue Unterstützer bei Patreon es haben mich Menschen gefragt nach unserer Support Seite wo sie unsere Kontodaten finden vielen vielen Dank an alle die uns unterstützen wenn ihr noch nicht dazu gehört wenn ihr uns auch unterstützen wollt dann scheint mal schaut mal unter eintracht-podcast.de vorbei da gibt es eine Support Seite da findet ihr Überweisungsmöglichkeiten PayPal Patreon und gerade läuft ja noch die Black Friday Week bei Amazon und da findet ihr unseren Affiliate Link wenn ihr gerade da sowieso Schnäppchen machen wollt dann vielleicht über unseren Link dann bleiben ein paar Cent bei uns hängen ohne Mehrkosten für euch und dann freuen wir uns da ganz riesig drüber auf jeden Fall Dankeschön schon mal genau und dann machen wir jetzt hier den Sack zu wir melden uns in der nächsten Woche wieder es wird wahrscheinlich wieder ein anderer Tag werden aber hoffentlich in größerer Zusammensetzung das auf jeden Fall und bis dahin macht's gut Tschöö Ey 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 Es quell'a la mal ey 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 Es quell'a la mal Hey, 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 hey Hey, 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 hey